Ja, heute gibt's mal wieder ein schönes Rundum-Paket. Wir brausen durch Hollywood im Namen von Ruhm, Rausch und Randale. Wir besuchen eine von Jennifer Lopez' neuen Hochzeiten und wir üben Rache auf Tessane. Schon mit ein bisschen Glück werden wir uns noch den Stream-Trailer anschauen, den Scream-Sex-Trailer, und wir werden ein bisschen spielen und wir werden ein paar News besprechen. Viel Spaß bei Kino Plus. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Ganz im Zeichen des Glücks, denn heute geht's viel um Glück. Man braucht Glück. Den richtigen Moment, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten. Und eben dann findet man vielleicht den Mann fürs Leben, mit dem man auch eine Hochzeit, die von Terroristen überfallen wird, oder Piraten überfallen wird, überstehen kann. Mit dem man eine geile Story findet, oder mit dem man eine geile Story findet, oder halt eben berühmt wird, oder halt eben zocken kann, oder ein bisschen mehr bespricht als sonst. Ja, und dafür hab ich mir Antje und André ins Studio geholt, die heute zum einen mich beim Kinoprogramm begleiten werden, ein bisschen mit mir spielen werden, und vor allem jetzt erst mal erzählen, was sie denn zuletzt gesehen haben. Oh, einiges. Ich hab zum Beispiel Darjeeling Limited zum ersten Mal gesehen und ist ja gar nicht so ... Da hat man angefangen zu merken, dass Wes Anderson wahrscheinlich eine Vorliebe für gewisse Einstellungen und Figurenzeichnungen und Optiken und so hat, aber er hat das ja noch gar nicht so ausgespielt, wie dann später in ... Ab Moonrise Kingdom, würd ich sagen. Dann kam Grand Budapest Hotel und so. Da noch gar nicht so sehr, find ich. Aber durch die ... Ich hab dann im Nachhinein so ein bisschen ... Beziehungsweise im Vorhinein schon so ein bisschen was von der Meta-Ebene rund um Owen Wilson auch gehört. Diese sehr tragische. Und das hat dafür gesorgt, dass ich den wirklich sehr, sehr schön fand. Ist direkt so einer meiner Lieblings-Voice-Anderson-Filme auf Anhieb. Hat mir echt gefallen. Ich würde aber in puncto Stil ... Würde ich ein bisschen widersprechen wollen. Weil T-Stay-Taucher war meiner Ansicht nach vor G-Link Limited. Den hab ich auch noch nicht gesehen. Ach so. Weil da ist er schon so ... Da ist dieses Puppenhaus-Ding ... Aber dann fällt der so ein bisschen raus insgesamt? Würde ich sagen, ja. Also zumindest ... Naja, ich mein, was war der erste ... Also, ich glaub, der erste war ja Bottle Rocket, glaub ich. Dann kam Rushmore. Und Rushmore zum Beispiel ist ja auch noch relativ ... Unwesenderig. Und Royal Ten Bombs ist doch auch von ihm, oder? Bitte? Royal Ten Bombs ist doch auch von ihm, oder? Genau. Aber der ist auch schon so ein Ausstattungsporno. Genau, ja, genau. Und dann Tiefseetaucher meiner Ansicht nach auch. Plus halt, du hast halt dieses ... Ja, wir gehen durchs Puppenhaus so. Das hast du da halt auch, gerade in Form ... Oder anhand des Schiffes, um das es ja geht. Und ich würde sagen, der G-Link Limited geht wieder so ein bisschen einen Schritt zurück, bevor es dann halt in die, sag ich mal, Stilistiken geht, für die er jetzt bekannt ist. Vielleicht auch, weil das ja ein sehr bewegter Film ist. Einfach dadurch, dass das ein sehr kleines, sich da permanent bewegendes, sehr lebhaftes Setting auch einfach ist, dass man das gar nicht so machen kann. Also, gerade wenn man mal Grand Budapest oder auch zuletzt The French Dispatch als Beispiel nimmt, das lebt ja von sehr statischen Aufnahmen und wirklich so geraden Kamerafahrten hoch und runter. Und das kann man ja in so einem Setting eigentlich fast gar nicht machen. Aber wie gesagt, ich fand den sehr schön. Dann habe ich zum ersten Mal acht Blickwinkel gesehen, mehr so durch Zufall. Ich habe den, der lief, glaube ich, irgendwie bei ZDF Neo oder so. Und ich kannte den noch nicht. Bin direkt reingestiegen. Also, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten nach Anfang. Da mit Jodie Foster ist es ja, glaube ich. Nee, nein, es ist nicht Jodie Foster, es ist Alien Sigourney Weaver da als Reporterin, die da live mitbekommt, wie ein Terroranschlag auf einen Präsidenten verübt wird. Ja, dem Film kommt es zum einen nicht so gut, dass er im Deutschen Achtblickwinkel heißt. So heißt er ja im Übersetzten gar nicht. Und wenn man halt im Deutschen mit Achtblickwinkel wird und dann keine Achtblickwinkel bekommt, finde ich das schon sehr schwierig. Und ich finde, er wird dann leider nach den ersten ein, zwei Sichtweisen sehr klischeehaft am Ende auch. Man hat so gemerkt, das war so in der Bornzeit, was so die Kamerafahrten in den letzten 20 Minuten und alles angeht, da sieht man ja überhaupt nix. Und ich fand ihn leider echt nicht gut. Also, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, den Film ausschließlich aus der Perspektive der Nachrichtenanstalt zu sehen. Weil ich glaube, das ist halt das Problem, wenn die spannendsten Passagen deines Films die ersten zehn Minuten sind, ist halt ein bisschen blöd. Aber dann ... Dann würde er nur Einblickwinkel halten. Das stimmt, das stimmt. Aber dann habe ich Wild Wild West zum ersten Mal gesehen. Das tut mir auf vielen Ebenen leid. Das ist ja so ein Quatsch. Aber ich fand ihn, also, auf einer ... Es ist doch der perfekte Film für Leute, die da doch dann Spaß dran hatten, für eine Guilty-Pleasure-Nennung, oder? Also, wenn man eine Sendung macht und jemand nennt Wild Wild West, finde ich, ist es so die perfekte Wahl. Weil der um Gottes Willen ... Ja, für den kann man sich schämen. Also, um Gottes Willen, der ist ja so furchtbar. Aber ich hatte durch die Kurzweiligkeit und auch durch die Ideen ... Ich hab die ganze Zeit gedacht, ihr habt diese Idee mit dem Zug. Stellt euch das mal in Kingsman vor. Mit Budget und noch ein bisschen ... Also, ein bisschen mehr Feinarbeit und so. Und nachdem ich zuletzt immer mal wieder Filme gesehen hab, wo ich mich entsetzlich gelangweilt habe, war der so kurzweilig und dumm und bescheuert, dass ich da tatsächlich Spaß dran hatte. Muss ich sagen. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, ihn nicht als Guilty Pleasure zu bezeichnen. Aber ich hatte Spaß. Und ich mag ja auch den Song Wild Wild West. Und ich dachte, der kommt irgendwie fünfmal vor, dann ist es nur der banale Abspann-Song. Aber egal. Das ist, glaub ich, das Beste, was dieser Film hervorgebracht hat. Vermutlich. Aber du hast dir wahrscheinlich immer noch nicht diese Kevin-Smith-Anekdote angehört, oder? Nein. Das musst du unbedingt machen. Du hast sie mir ... Denn, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, ist ein Produzent dieser Filme, ist John Peters. Und das ist ja der Ex-Freund oder damalige Lebensgefährte von Barbara Streisand, der bis heute noch die Rechte oder beziehungsweise Rechte besitzt an Superman und anderen DC-Figuren. Und der von Bradley Cooper in Licorice Pizza gespielt wird. Mhm. Und wie gesagt, der ist zum Großteil für alles, was da in diesem Film drin vorkommt, mitverantwortlich. Und du musst es dir anhören, wirklich. Ein Evening with Kevin Smith, bla bla, The Story of Superman Returns, oder so. Okay. Und das ist wirklich, du lass dich kaputt. Was ich halt so spannend finde, ist, der kam ... Ich hatte so das Gefühl, das sollte nach dem Erfolg von Man in Black irgendwie versuchen, den Erfolg von Man in Black ins Western-Genre zu transportieren. Dann hab ich mir überlegt, wenn der Film erfolgreich gewesen wäre, wie viele Filme dieser Art, in denen Will Smith mit irgendeinem Kollegen in irgendeinem Genre irgendwas aufklären hätte müssen, wie viele Filme da wohl noch gekommen wären. Vielleicht hätte es so eine Wes Anderson ... Äh, Wes Anderson ist ja schon ... So eine Will Smith, Man in Black, verschiedene Genres, Trilogie, Quattrologie, was auch immer am Ende dabei rausgekommen wäre. Wie geben. Ja. Hätte ich gerne das Musical gesehen. Ich weiß nicht, ob Will Smith das im Nachhinein noch genauso sieht. Ja, wahrscheinlich nicht. Du weißt, welchen Film er dafür abgesagt hat, oder? Habe ich, glaube ich ... Sag mal. Matrix. Wäre er Keanu Reeves? Er wäre Neo geworden, wenn er zugesagt hätte, aber er wollte stattdessen lieber World War II vertreten. Hat das mit dieser Virtual Reality? Aber ich sag ganz ehrlich, er war von den drei Filmen, die ich grad genannt hab, nicht der schlechteste. Ja, natürlich. Auf ner unterhaltungstechnischen oder beziehungsweise katastrophentouristischen Ebene kann ich das nachfragen. Vor allen Dingen, was die teilweise für Dialoge haben. Ja, ey, er auch wirklich ... Das ist ganz froh, ja. Kenneth Brenner labert so einen Stuss. Ja. Der labert wirklich so einen Stuss. Das ist genauso schlimm wie das Gebrabbel von den beiden in Hudson Hawk oder in so anderen Filmen, wo sie immer irgendwelche Floskeln aneinanderreihen und irgendwie hochtrabend sprechen. Aber wenn du das halt mal genau durchdenkst, da gibt's überhaupt kein ... Das ist alles so. Hauptsache, was du sagst, das Drehbuch ist voll mit Dialogen oder Monologen. Wirklich. Ja, wir hatten ja irgendwie auch noch mal ein Podcast letztes Jahr bei The Wils and Demons hier so High-Budget-Trash-Filmen und da war der halt auch dabei. Das ist halt genau diese Ära dann. Und dann, ja, als es danach kam, von League of the Ausführlichen Gentleman bis ... Hast du nicht gesehen. High Frankenstein. High Frankenstein. So ein Kram halt. Aber wie gesagt, der Zug ... Einfach viel zu teurer Bullshit. Super. Der Zug ist fantastisch. Wie gesagt, ich würd ihn super gern in Kingsman sehen. Den Zug? Ja. Aber in welchem Kingsman? Noch einem Prequel vor dem Prequel? Nein, 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 im dritten dann, der ja wahrscheinlich auf den zweiten noch einen draufsetzt. Er würde in einen dritten Kingsman, der in der ... Das wär ja schon modern. ... Tradition, ja. Das ist ja eine Dampflug. Ja, dann setzt du da halt den Bullet Train davor, Mensch. Aber ich will diese ganzen ... Das ist Vintage. Ich will diese ganzen Gimmicks, von denen man sich auch fragt, mit welchem Zweck wurden die jemals gebaut? Also, was für eine Situation hat sich der Konstrukteur ausgedacht, dafür, dass man unterm Zug hängen kann? Welche Idee, also welchen Zweck glaubte er im Vorfeld, wofür braucht man das? Ja, das, was du im Film siehst. Ja, genau. Aber warum? Damit es im Film untergebracht werden kann. Ja. Und das ist doch cool. Nein, genau so hab ich das halt gesehen. Damit du die Zugtoilette reinigen kannst von unten. Auch eine sehr gute Idee. Aber nee, also wie gesagt, es gibt Filme, an denen kann man weniger Spaß haben. Mit dem Wissen, dass das alles völlig ... Ja, also ich guck mir inzwischen ... Ich, ähm, auf Skylieb vor einiger Zeit immer mal wieder auf den verschiedenen Sendern, ähm, Gods of Egypt. Auch sehr gut. Ich mein, das ist ja auch so ne, weiß ich nicht, so ne Katastrophe mit Ansage, beziehungsweise so ein ... An dem hatte ich weniger Spaß, weil der war wesentlich kalkulierter noch. Ja, ja. Oder er war halt im modernen Kino kalkuliert, wie Wild Wild West damals für seine Zeit kalkuliert wurde. Und weil du diese Kalkulationen inzwischen so ein bisschen von weiter oben betrachtest, macht die meiner Ansicht nach ein bisschen mehr Spaß. Mhm. Ja, weil wirklich, sowohl Gerard Butler als auch, wer ist das hier, ähm, ähm, na, Barbossa, glaub ich, aus ... Da spielen einige ... Joffrey Rush. ... etwas Brüder. Joffrey Rush spielt ja, glaub ich, den Göttervater von sowohl Nikolai Kis, äh, Costalvaldo als auch eben Gerard Butler, die ja Brüder oder beziehungsweise Halbbrüder sein soll, glaub ich, im Film. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ist mir eigentlich auch vollkommen Wumpe. Sie sind ... Sie sind halt irgendwelche großen Menschen oder großen Götter, die größer sind als alle anderen Menschen und machen halt irgendwelche Sachen und müssen halt mit dem einen Dieb da um die Gegend rennen und so. Naja, egal. Auf jeden Fall richtig viele Stars und dann halt so ein Overkill an Effekten. Ja. Ja, das ist ja das Besondere auch, die ganzen Filme, dass die viel zu gut besetzt sind. Ja. Die sind einfach viel zu gut besetzt. Ja. Ich sag nur hier, lieben die sind alles Zeu, ist immer noch legendär. Oder Glitzerrüstung. Und ich versuch, mich immer da rein zu versetzen, wenn ich halt Schauspielerin wäre, was ich denken, also, was ich denken würde, wenn ich so ein Drehbuch bekäme, ob dann auch, ob es immer irgendeinen Moment gibt, in dem diese Leute einen bestimmten Gedanken haben. Lustig, Und ich wüsste gerne welchen. Das hab ich mir tatsächlich bei dem Film gedacht, den ich gestern nach langer Zeit mal wieder eingeschmissen hab. Den hab ich irgendwie durch Zufall entdeckt und hab mir gedacht, komm, den guckst du dir jetzt mal wieder an. Der wurde irgendwo angeboten. Die Klasse von 1999. Kennst du den? Mhm, klar. Gehört von. Ja, ist halt die Fortsetzung, beziehungsweise so, Fortsetzung im Geiste von, äh, Schulklasse 84 oder beziehungsweise die Klasse von 84. Damals war der Film, glaub ich, mit Michael J. Fox, ne? Ja. Der alte, ja? Der alte, ja. Da ging's um so eskalierende Schulsituation. Wird wieder um eskalierende Schulsituation. Allerdings in der Zukunft. 1999. Und dort kommt jemand auf die geile Idee, ein paar Androiden, die mit irgendwelcher Militärtechnik ausgerüstet sind, als Lehrer an einer Highschool, die besonders für ihre Kriminalitätsrate berührt wird, What could go wrong? zu installieren. Und diese Schule, das ist so geil, die wird schon am Anfang direkt eingeführt, dass sämtliche Schüler alle mit irgendwelchen halbautomatischen Waffen durch so ein Drehkreuz gehen müssen und die Waffen abgeben müssen und sie wollen nicht. Der eine hält sich so richtig fest, als wär's dein Stofftier. Und einer, Cody, glaub ich, heißt der, kommt aus dem Knast grade frisch und kriegt jetzt halt eben die Auflage, ey, halt dich aus allen Gangaktivitäten raus, sonst wanderst du direkt wieder ein. Und er muss jetzt halt eben seine alten Gang in den Rücken kehren, aber das gestaltet sich so ein bisschen schwierig, weil sein Bruder noch in der alten Gang ist. Also ist wie American History X, nur halt in der Zukunft mit Killerrobotern als Lehrern. Und da spielen halt aber auch ein paar echt bekannte Nasen mit. Da spielt Pam Greer, spielt eine der Roboterlehrerinnen. Dann hast du Malcolm McDowell als Schuldirektor und du hast Stacey Keech als der Entwickler dieser, ähm, ja, Androiden. Und wirklich, da gibt's am Anfang direkt so die Vorstellung, die Präsentation von Stacey Keech und diesen Androiden. Und Stacey Keech, ich mein, der Typ war Mike Hammer, das war so ein Privatdetektiv, ja, also so eine Privatdetektiv-Serie, durch die er berühmt geworden ist, so mit Trenchcoat und Schlapphut und so weiter. Und jetzt sitzt er da in diesem Besprechungsraum und hat halt so einen wirklich sauerstoffblonden Bürstenhaarschnitt, aber noch so ein kleines Fuchsschwänzchen hinten dran. Und steht da und muss dann mit irgendwelchen Kontaktlinsen und so einem Oberlippenschnurres, muss allen ernst erklären, warum es jetzt sinnvoll ist, diese Roboter da in der Schule zu installieren. Und ich denk mir halt, du armer Mann, was hast du dir gedacht, als sie dir gesagt haben, zieh bitte diese Perücke auf und stell dich bitte in deinem komischen Future-Anzug dahin und erzähl dir mal, was die Vorteile von, ja, technologisierter, äh, weiß ich nicht, Lehrerschaft sind. Aber, macht Spaß. Ja. Ja, kann mal gucken. Kann mal gucken. Und es gibt auch ein paar, ein paar Gewaltspitz. Nein. Patrick wie Patrick als einer der Lehrer seh ich auch immer gern. Also, ja, das war mein Hot Topic. Mhm. Du? Äh, ich hab einen Film noch nachgeholt, den ich letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest verpasst hab, den ich immer noch auf den Wörtergloss hatte. Der hatte ich letztens dir empfohlen. Dieser Exit. Genau, als wir in Wolfsburg waren. Äh, Next Exit. Äh, hast du den gesehen? Mhm. Ähm, geht darum, auch Zukunftsszenario, Geister sind real. Also, alle können Geister sehen. Das sind ja keine Geister mehr eigentlich. Ja, doch. Also, man sieht halt die Toten als Geister noch so rum. Okay, das ist okay. Und sind die dann deformiert? Oder sind die dann? Ja, die sind so wabern, so durchsichtig. Aber es sind Menschen? Ja, ja, aber schon so Schatten halt eher. Okay. Und, ähm, also jeder weiß, dass es Geister gibt. Das ist bewiesen. Und, äh, es gibt eine Forscherin, gespielt von Karen Gillen, äh, Doktor, sonst was, äh, hat, ähm, ein Forschungsinstitut errichtet. Und, ähm, also ist noch so in der Testphase und suchen jetzt Probanden. Äh, die machen quasi aktive Sterbebegleitung ins Jenseits. Wer keinen Bock mehr aufs Leben hat, lieber im Jenseits rumspuken will, kann das halt mit denen machen. Und gleichzeitig ist es für die halt eine Hilfe, um noch weiter mehr darüber, über dieses Geisterdasein zu forschen. Und, ähm, zwei unabhängige Personen, ein Mann und eine Frau, wollen das durchführen. Ähm, weil sie halt beide irgendwie, ähm, vom Leben schwer gezeichnet sind. Ähm, irgendwie mit der Familie gebrochen. Äh, irgendwie da ist die Mutter gestorben, im, im Krach. Und, also beide irgendwie super depressiv und halt wollen, wollen nicht mehr. Und, ähm, kommen beide aus dem gleichen Bundesstaat und müssen halt irgendwie das halbe Land fahren, um da hinzukommen, bis ein Forschungslabor. Und, äh, mieten quasi beide durch einen Zufall oder durch einen ehrlichen Unfall, durchs System das gleiche, den gleichen Mietwagen. Stehen dann beide in diesem Mietwagen-Ding und so, ja, sorry, wir haben das irgendwie zugewiesen auf die gleiche Person. Ich sehe gerade, ich sehe gerade, Ja, genau, Carbarian. Ich sehe gerade, ja, genau. Ich sehe gerade, ja, quasi, ich sehe gerade, die haben das gleiche Ziel, wollt ihr nicht einfach zusammenfahren. Und die so, ach, kein Bock, aber ja, machen sie dann halt. Dann hast du halt diesen Roadtrip von diesen zwei nicht lebensbejahrenden Menschen, Richtung Tod quasi. Und, ja, dann ist der Film halt quasi gedreht von Mellie Elfman, der Tochter von Danny Elfman. Äh, Regie-Debüt. Ähm, hast du einfach so ein melancholisches, ähm, Comedy-Drama, so ein bisschen Richtung Ghost-Story, äh, aber ohne diese Lowery-Zähigkeit, sondern halt mit der Mischung aus teils Humor, weil die zicken sich dann halt an, die haben keinen Bock aufeinander, eigentlich wollen sie beiden nur sterben, aber müssen jetzt mit diesen jeweils anderen Menschen noch da irgendwie abhängen. Natürlich erzählen sich dann ihre Lebensgeschichten und da hast du ein bisschen Melancholie, ein bisschen Drama, aber eben auch diese Comedy, weil die sich halt komplett ganze Zeit nur verarschen und, und, äh, angehen. Ähm, und dann hast du echt so einen schönen Slice-of-Life-Film, der so halt das Thema, was macht Leben lebenswert, ähm, ja, sind, sind Dinge, kann man Dinge nicht einfach auch anders angehen, als einfach zu sagen, ich geh jetzt jenseits, ciao, ähm, und arbeite das halt ganze, das Ganze lehnen ihre Dramen auf, ihre Lebensdramen. Ich, ich hab einen Verdacht, wie das Ende ausgeht. Und das politische jetzt nicht, aber er klingt halt im ersten Moment sehr depri, ist er aber nicht. Weil er trotzdem irgendwie immer es schafft, so diesen Denkanstoß zu geben, vielleicht findest du ja doch noch was, dass es irgendwie lebenswert macht. Und es ist nicht alles am Arsch, so. Der war echt schön. Der war echt, der war echt schön. Kommt er, ist er in Deutschland schon raus irgendwie? Soweit ich weiß, nicht. Oh, ich find, der klingt sehr schön. Aber vielleicht hat er einen ganz komischen deutschen Titel und ist irgendwie bei ... Vielleicht. Ich guck mal. Nächste Ausfahrt Jenseits oder sowas, genau. Ja, also Next Exit heißt es auf jeden Fall im Original. Fand ich wirklich, hat mir sehr gut gefallen. War echt, war echt nicht zu schwer, damit du wirklich irgendwie die ganze Zeit so, äh, sondern immer dieses Auf und Ab und mach das echt, find auch einen schönen Ausgang. Mochte ich. Wie hieß denn dieser komische Film, der war irgendwie, lief mitten während der Corona, während der schlimmsten Corona-Phase. War das auch Nikolai Koster-Waldau, der dann irgendwie so ein Institut fährt? Ach so, ja, doch, den haben wir gesehen. Suicide. Suicide Tourist. Ja, ja, genau. Da musste ich erst dran denken, aber das klingt dann doch am Ende alles ein bisschen positiver. Nee, eher positiver, ja. Klingt ein bisschen wie Harry und Sally mit Geistern. Bisschen. Weil da wollen sie ja auch nicht, also da müssen sie ja auch so gesehen eine Fahrgemeinschaft gründen und sind sich nicht so wirklich grün. Ja gut, aber ey, gut, ich zieh mir rein. Die Tochter von Danny Elfman. Hm. Okay. Ich hätte ihn inszeniert. Gut. So, Freunde, dann wollen wir jetzt mal eine Runde spielen, um mal locker reinzukommen. Alvin hat nämlich eine Seite im Internet ausgemacht, die Stetogories. 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 Mann, Mann, Mann. Schlimme Worte. Egal. Und dort gibt es mehrere Spiele zum Thema Ratingsraten oder halt eben Box-Office-Raten. Oh nö, bitte nicht Box-Office. Doch, genau das machen wir jetzt erst recht. Wir machen Box-Office. Oh nein. Ja, da geht es nämlich nur darum, und wir müssen zusammenarbeiten. Wir können nicht alleine arbeiten. Lassen wir Schröck das einfach ganz alleine. Nein. Wir gehen nicht von Kaffee ohne Zeit. Wir müssen jetzt einfach anhand von zwei Filmen entscheiden, wer ist, oder wer hat das höhere Box-Office. Und wenn wir falsch liegen, müssen wir von vorne anfangen. Und es geht um die US-amerikanischen oder weltweiten Einspiele und noch wichtig, wirklich Box-Office und nicht Zuschauerzahlen. Ich kann das nicht lesen. Which movie has made more Box-Office revenue worldwide? Okay, also Geld. Geld. Und an diesem Punkt scheitere ich. Gross Revenue Stats updated Mai, May 22. Also bis Mai 22 geht. Okay. Ja, dann wollen wir auch schon mal anfangen. So. Was haben wir denn hier? Oh. Äh, Lion King auf jeden Fall. Naja, er hat auf jeden Fall den 3D und bestimmt auch überlenkt. Nee, das ist einer, glaube ich, der zehn erfolgreichsten Filme jetzt gewesen ist. Ja, ja. Und Ab war, glaube ich, auch nicht in 3D. Nö. Ah, der war gerade Avatar. Aber wenn's ums Box-Office geht. Aber ich will auch Lion King sagen. Wenn's ums Box-Office geht, dann würde ich sagen König der Löwe. Ja. Und? Ja. Sehr gut. Siehste, sag ich doch, das ist einer der... 1,6. Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich schwer. Es muss Lion King wieder sein. Schön, wie sie das gegenüberstellen. Ja, dann auch Lion King, bitte. Ja. Aber immerhin 8 Millionen. Oh. Äh. Schön, wie sie das noch weiter sind. Das ist jetzt schon knifflig. Mad Max oder No Country for Old. Aber der eine ist es? Das ist inflationsbereinigt wahrscheinlich auch alles, oder? Geht von aus, ja. Ich mein, der eine hat einen Oscar oder? Wollte ich grad sagen, No Country for Old Man war in der ganzen Award-Season dabei. Aber heißt das unbedingt, dass viele Leute... Nee, das heißt das überhaupt nicht. Nee, das heißt es auch nicht. Aber normalerweise ist dann ja das Interesse für den Film kurzzeitig wieder aufgeflammt. Bei Mad Max könnte ja sein, dass der Wiederaufführungen hatte wegen Mad Max Fury Road. Ja. Aber guck mal, wenn ich das richtig sehe, das ist 8.771.000, oder? Das ist schon ein bisschen wenig. Ich glaub auch, No Country hatte mehr. Ich glaub, ich würd jetzt mal No Country auch dazu tendieren, dass der mehr hatte. Ja, und wenn das ein richtig krasser Flop gewesen wär, würde man sich daran erinnern. Genau. Sagen wir mal No Country. Okay. Ja, gut. Sorry. Ja, gut. Ja, da ist Spider-Man. Spider-Man, bitte. Ja, ein bisschen drüber. Leicht. Ja. Pi, gut, ja. Auch Spider-Man. Schwierig. Ich hoffe, die nächste Antwort ist dann Pi, weil ich möchte wissen... Ah, okay, ich wollte wissen, wie viel der hatte. Drei Millionen. Oh, das ist jetzt auch schwierig. Ich glaub, der war nämlich gar nicht so erfolgreich. Ja, aber... Aber mehr als Pi dürfte der gemacht haben. Mehr als Pi auf jeden Fall, aber nicht, glaube ich, viel wie gehofft. Ja, also Shape of Water. Shape of Water. Definitiv, aber ich glaube, viel... Oh, doch. Ui, hat der doch so viel gemacht? Ich glaube, der hätte weniger gemacht, ja. Onward war ein Flop auf jeden Fall, das weiß ich. Ich würd auch sagen, dass Shape of Water weiterhin vorbleibt. Onward war heute auch superschnell im Streaming, glaub ich, deswegen dann. Obwohl? Ah, oh, klar. Puh. Aha. Das knäppst du bisher, glaub ich. Ja, gut, das ist jetzt irgendwie auch... Da bin ich raus, weil da, das ist Inflation, da bin ich, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, aber Citizen Kane war ein Flop. Also, der wurde ja... Zur damaligen Zeit. Der wurde ja mit so einer Hetzkampagne, wurde der ja runtergemacht. Also, der Randolph Hearst, der Mann, der da eigentlich in Citizen Kane so ein bisschen porträtiert wird, der hat all seine mediale Macht dafür genutzt, diesen Film zu diskreditieren. Aha. Deswegen, ich würd auch sagen, Onward ist hier erfolgreicher gewesen. Ja. Ja. Okay. Komm, die 10 kriegen wir noch hin, oder? Ach, Shining. Ui, ja, aber Shining, oder? Auch mit 1000 Wiederaufführungen. Ja, Shining. Ja. Hm. Da bin ich jetzt bei Spider-Man. Spider-Man, ich auch. Ach, der ist aus dem Zweier. Ja, trotzdem. Ja. Ja, glaub ich auch. Das war ein dicker Hit. Oh, ja. Cool, 10. Bin ich weiterhin bei Spider-Man. So sehr ich den anderen Film mag. Ja, qualitativ rechts definitiv besser. Aber immerhin, 160 Millionen. 160 Millionen, nicht schlecht. Wir machen so lange weiter, bis wir einen falsch machen. Ja, ja. Wir sind ja jetzt schon über 10. Oh, das wird jetzt aber, das find ich schwierig. Parte 2. Ich glaube nicht, dass der Parte 2 über 100 Millionen eingespielt hat. Wie gesagt, ich geh ja immer über die Wiederaufführungen und alles, ne? Und wenn ein Film wieder aufgeführt wird, regelmäßig ist es, also, könnte ich mir vorstellen, dann nicht der Parte 2. Ja, aber, ach. Das find ich jetzt wirklich nicht einfach. Ey, ich sag trotzdem, ich sag Billboard. Meinst du? Also, meine Stimme geht zu Billboard. 160 Millionen hat Parte 2 nicht gemacht. Ich glaub, ich wär bei, tatsächlich bei Parte. Also, ihr überstimmt nicht? Ich, also, ich wär bei Parte. Du, es liegt an dir, Patrick. Es ist echt hart. Du weißt, wenn das falsch ist, bist du alleine schon. Ja, das ist nämlich verlaufend. Aber 160 Millionen im Kino. Ne, ich bin auch bei Billboard tatsächlich. Du bist bei Pate? Ich bin bei Pate. Okay, das heißt, wenn wir jetzt verlieren sollten, lag's an uns. Ja. Und falls wir jetzt gewinnen sollten ... Lag's auch an euch. Ja. Okay, gut, dass ihr euch durchgesetzt habt. Ui. Das, aber, Grom Budapest war doch ein Riesenerfolg. Riesenerfolg? Ja, der war, also, in Deutschland ist es ja der bisher erfolgreichste Wes Anderson. Und der hat ja, in Deutschland hat der, war das ja so ein, so ein, so ein, wie heißt das? Long, Long Player? Ne. Ja, okay, das, das mag sein, aber reicht das für Welt? Ich meine, das war sein ... Oh, das ist jetzt ein gefährliches Halber, ich hab den als erfolgreichsten Wes Anderson-Film abgespeichert im Kopf. Dann sag ich jetzt auch, ich sag jetzt auch mal Grand Budapest, aber ich glaube, das ist nicht so viel. Okay. Ich glaube, es ist auch nicht viel, also, ich glaube, die Diskrepanz, oder die, die, die ... Ich sag, der hat über 100 Millionen. Mach Budapest. Budapest, okay. Naja, doch. Oh, okay. Echt, die hätt ich auch nicht gedacht. Der erfolgreicher als Billboards. Ja. Krass. Hätt ich drunter gesehen, also unter Billboards. Tja, also ... Hm. Puh. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen ganz raus. Das haben wir jetzt vor allem gesagt. Was hat der im Psycho im Kino gemacht? Ne, ich sag Budapest. Glaube ich aber auch, ja. Für mich, dass der mehr als 100 Millionen gemacht hat. Ja. Noch kannst du uns überzeugen. Ja. Nicht mehr. Naja, okay. Wie? Ja, da ... Das kann man ganz schlecht abschätzen, aber so oft läuft der ja auch nicht. Star Wars. Definitiv. Ja. Star Wars. Jetzt kommt's. Daran scheitern wir. Oh, welcher ist das? Der Original. Das ist der originale, der Trickfilm. Ui. Ich sag Aladin. Ja? Echt? Ja, ich hab auch den leisen Verdacht, ey. Den hab ich vor kurzem in einer Videoaufführung übrigens im Kino gesehen. Ein Zeichentrickfilm? Ja. Das war toll. War das vor oder nach mal? 2220? Davor. Davor. Oh, das ist ja ... Ja, Andre, was sagen wir? Äh. Du sagst Aladin. Was war das? Ey, Aladin war doch in der Hochphase der Disney-Arts. Ja, war mehr als 55. Ja, und vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Aber ich sag Aladin. 550 Millionen, Aladin. Aber dann würde man öfter von ihm hören vielleicht? Bei den richtig großen ... Ist der in der Rank-Liste so weit oben immer? Ich bleib bei Star Wars. Ich sag auch Star Wars. Dann ... Nee, obwohl ... 55 Millionen, Aladin, ja? Kannst du nicht das Ohr anklicken? War der Original-König der Löwen. Der war davor oder danach? Der Original? Der war danach. Danach. Der war 94 oder 96. Oh, ich weiß es nicht. Aladin schon so der absolute ... Pass auf, okay, ich geh Risiko. Ich sag auch Aladin. Okay. Du bleibst bei Star Wars? Ich sag Star Wars. Okay. Oh, das war das knapp. Alter. Aber das war richtig knapp. Das war wirklich knapp. Wir haben uns nicht blamiert. Nee. Aber 500 Millionen, krass. 505? Also, dass der viel gemacht hat, ja. Aber hätt ich echt nicht gedacht. Krass. Freut mich für den Film, aber ... Shit, ey. Mein Instinkt sagte mir auch Star Wars, aber ich hab auch gedacht vielleicht, okay, das war damals dann, ne? Du hast ja recht. Da kam ja wirklich, da kam ja ein Disney-Hit nach dem anderen. Und du musst ja auch überlegen, wenn du noch nach Weltweit gehst, können ja mehr Leute in Aladin gehen, was die Altersbeschränkung angeht, als in Star Wars. Zumindest, ja. Aber das war wirklich gut. Ja, 15. Schaff das mal zu Hause auch. Ja. So, jetzt ... Jetzt kriegen wir die ganzen Screenshots von Leuten mit 100 und so. Ja, wir so. Das wär aber, ey, mach das gerne zu Hause. Ohne Google. Schick uns eure Ergebnisse. Ohne Google, genau. Aber ohne Google, Freunde, ne? Wir haben's jetzt hier auch ... Ab 1000 wird's unvergültig. ... blank gemacht. So, jetzt machen wir Ratings-Movies mal. Oh ja. Für den Rest der Zeit. Okay. Ratings. Ich verkack mal da schneller. Bei IMDb. Also, wer ich der Film hat, das höhere Rating ... Your Name, definitiv. Ja, Your Name. Das war doch zeitweise einer der Bestbewerten, oder? Ja. Oh, aber ... Oh, oh, oh. Wie schlecht. Der Film ... Hat der einen anderen deutschen Titel? In the name of the father sagt mir gar nicht ... Im Namen des Vaters. In the name of the father. Er sagt mir gar nicht. Noch nie von ... Hätt ich aber nicht gedacht, ich hätte wäre so ein Siebener. Das ist jetzt Billy Wilder, ne? Das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil das ist, glaub ich, so ein Top 250-Kandidat. Aber Your Name auch. Ja, aber ... Ja, aber ... Der ist halt schon älter. Das ist so ... Ich sag Appartement. Ja, ich sag Your Name, weil du sagst schon älter. Ich glaube, die Nutzer von IMDb passen genau in die Your Name-Zielgruppe. Und ich würde behaupten, allein deshalb, weil mehr Leute für Your Name abstimmen, hoch, ist es Your Name. Okay, ich sag Appartement. Okay. Jetzt muss André entscheiden. 8,3. Das ist schon echt hoch. Und Appartement. Billy Wilder. Ich sag auch Your Name. Boah! Aber ... 6,8, ja. Come on, ne? Ja, ne, da sag ich Appartement. Der fällt kommt doch nicht dran, auf gar keinen Fall. Ich sag, was sagt ihr? Ich sag 6,1. Ich sag Schlimme. Weil der ist doch, der wird doch so angegangen für seine White Savior. Ich sag 5,8 hat der Link. Ach! What? Boah! Echt? Krass. Das hätte ich auch nicht gedacht. Dead Man's Chest. Das ist der zweite, ne? Der war mal mit, auch einer der erfolgreichsten Filme, ne? Der hat richtig, der hat immer noch eine Milliarde eingespielt. Aber wenn The Help 8 hat. Ne, da sag ich Dead Man's Chest. Also ich sag Dead Man's Chest. Ich sag The Help. Das ist kein Film mit so einer hohen Wertung. Das ist der zweite. Stimmt, der könnte eher so um 7 oder sowas sein. Ist egal, ich bleib trotzdem bei Pirates. Wir gehen hier nicht nach Filmqualität, sondern wirklich nur nach Pirates. Ja, 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 ja. Noch für die Leute da draußen. Ja, das ist eher so ein Mass-Appeal-Ding, aber hat der wirklich ne Acht? Wie kann denn The Help ne Acht haben? Fag ich mich auch. Ja, komm Pirates. Fuck. Hättet ihr auf mich gehört? Scheiße. Das war schlecht. Scheiße. Komm, noch eine. Noch eine. Noch einmal. Welche Kategorien gibt's denn noch? Achso, ist das gleiche. Ui. Halloween, definitiv. Aber Horror auf IMDb? Aber Halloween. Shape of Water war der beste Film des Jahres, ne? Heißt aber nichts. Ich sag Halloween. Das ist doch so ein ... Wobei, ich sage, Halloween hat 7,8. Und Shape of Water dürft ihr euch überlegen. Also, ich befürchte, Shape of Water hat so ne 8,1. Ja. Und Halloween hat irgendwie so ne 7,9. 7,9 oder so was. Was mach ich? Ja, dann unter dieser Logik Shape of Water, würd ich sagen. Ich sag auch Shape of Water. Ja, komm, Shape. Ey, es brennt mir in der Seele, aber ich sag Shape of Water. 7? 7,8! Wer hat es gesagt? 7,8! Ja gut, ich hab 7,9 gesagt. Ja, aber 7,8 ist halt richtig. Ja, scheiße, ey. Ja, aber du hast schon recht, weil Horror hast du echt oft, dass es eher unterm Schnitt liegt. Letterboxd ist, find ich, im Schnitt bei Horror ... Aber hätt man jetzt auch sagen, also einnehmen, also, ich mein, obwohl der Film ja den Oscar bekommen hat, hat er ja auch ne Menge Gegenwind bekommen, ne? Also 7, hätt man drauf kommen müssen. Ey, was hatte ... Ich hab jetzt gar nicht gesehen, was Shape of Water hatte. 7. 7, okay. Also, ist für mich wirklich auch ne reinrasige 7. Ja. Ja, absolut. Eigentlich will ich noch ... Wir können doch keine Null stehen lassen. Ja, nee, eine Null können wir nicht stehen lassen. Komm, gib uns noch eine. Einmal Ranking. Oh. Ja, da sag ich auch Soundies. Ja, das ist der zweite, ne? Ja. Double Tap. Aber In Soundies sagt mir auch nix. Villeneuve, die Frau, die singt. Ah, dankeschön. Okay, ja, dann sag ich, das ist doch so ein ... Er ist super. Ja. Ja, links. Ach, so ein Geheimtipp. Ja. Aber der zweite Zombieland 7 find ich krass. Hui. Tarantino auch beliebt. Jetzt ist egal, wir haben einen. Ja. Aber Bastards ... Könnte der 8,1 oder 8,2 haben? Oder 8,6. 8,6, meinst du? Ist er so hoch, oder ... Ist Bastards nicht in der Top 250? Ich weiß es nicht. Ich sag Bastards. Ich sag auch Bastards. Ich glaub, der ist beliebt einfach. Ja, komm. Bastards. Ja, okay. Krass. Das ist hier wirklich knapper. Ja, ja, das ist deutlich knapper. Oh, ja. Ich befürchte Private Ryan. Ich auch. Aber weil ich mich einfach zu sehr dagegen sträube, sag ich weiterhin Bastards. Ich sag Private Ryan. Du? Ja. Private Ryan? Sie haben sich für uns entschieden. Oh, Sing 2? Nein, das ist auch nicht. Ich weiß, ich wollte nur sagen, ich behaupte, Sing 2 hat so einen um 7,5. Weil der wird wirklich gut bewertet. Ja, er ist auch. Also, der ist nicht erfolgreicher als Private Ryan. Aber da bleib ich bei Ryan. Aber der Sing 2 ist beliebter, als man denkt. 8,2, Alter. Links. Ja, 8,6. Echt. Einloggen. Ja, einloggen. Please. Ja. 7. Ja. Auch da sag ich Reservoir Dogs. Also, da bleib ich bei Tarantino. Same. Und wenn er nur eine 7,9 hat. Ich sag auch Reservoir Dogs, aber ich sag, es ist sehr, sehr knapp. Ja, also, ich würd's jetzt nicht so viel höher einschätzen. Okay. Ah, okay. 8,3. Oh. Oh. Sind die nicht alle in den Top 250? Also, die werden auch sehr gemocht. Aber ich würd jetzt sagen, der reicht nur bis zu einer 8,1 oder 8,2. Weil den auch weniger gesehen haben. Reservoir Dogs ist so eine, den loggen alle bei sich selbst, die die nicht gesehen haben. Können ich auch sagen. Einfach trotzdem loggen, ja. Ja, Reservoir Dogs. Weiterhin. Okay, wenn wir jetzt verlieren, können wir auch. Ja, okay, trotzdem. Äh. Ja, Jedi. Das müsst ihr machen. Ich weiß nicht, wie beliebt der ist. Naja, nicht mehr so beliebt wie die ersten beiden. Hab ich's da trotzdem. Ich sag trotzdem auch Star Wars, ja. Der hat eine 8,6. Ach, 3. Ah, was hatte der eben? Eine 7. Ne, eine 7. Star Wars. Haben wir uns gemerkt. Das wissen wir jetzt schon, ja. Wie, jetzt ist es eine 7? Hey, was ist denn das? Da kommt ja die drei Stimmen her. Fight Club. Ja, Fight Club. Ja, Fight Club. Safe. 8,8. Das war jetzt bis jetzt der Höchste, oder? Bleib ich bei Fight Club auch. Spenser hat eine 7. 8,6. Oh, sogar 7. Oh, 6. Oh. War das so ein umstrittenes Ding vielleicht? Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Safe. Über 8. Ja. Was, Spenser? Ui. Oh, Oldboy ist doch das IMDb-Letterbox. Ja, ja. Ich würde jetzt auch sagen Oldboy. Oldboy. Ja, ich glaube auch. Ob der über die Neuen geht? Ob der über die Neuen geht? Nein. 8,8 war jetzt das Höchste, oder? Ja. Oh. Gut Verlass. Das ist eigentlich so ein IMDb-Film auch komplett. Ich sag Gut Verlass. Gut Verlass. Ich auch. Ja, ich auch. Geht der vielleicht über 8,5 auch? 8,7. Ja. Ui. Oh, der war, der ist sehr weit. Ja, Toy Story, ich sag Toy Story. Echt? Kann der endlich mal die Neuen knacken jetzt? Ich sag Toy Story. Mehr als 8,7. Der war für den besten Film nominiert, ne? Ja, haben wir auch schon 10 Mal heute gesagt, ich bleib bei Goodfellas. Aber ihr seid, glaube ich, beide bei Toy Story. Ich sag Toy Story 3. Okay, wir sagen zweimal Toy Story, einmal Goodfellas. Oh, okay. Na gut, aber mit 13 kann man schon mal. Ja, damit kann man leben, damit kann man jetzt auch wundervoll in den News übergehen. Jesus. Mel Gibson startet mit Passion Christi 2. Pech für Little Weapon 5. Taube Underground. Michael Bay wurde für Six Underground angeklagt. Klartext. Francis Ford Coppola äußert sich zum Mega Chaos in Megalopolis. Arme Randy. Kevin Williamson's Reue und Trauer über einen Filmtod. Ich hab irgendeine Schlagzeile diesbezüglich gelesen und hab's aber nicht nachgeguckt. Weswegen wärst du denn jetzt geschockt? Ich mein, Randy ist tot seit Teil 2. Das wissen wir. Nein, ich hab mich gefreut, dass es um Scream geht. Ach so. Ja, genau. Weil ich wusste, dass du den Film gestern geguckt hast, hab ich mir gedacht, komm, die News nehmen wir mit rein. Ich werde auch heute sehr viel Zeit schinden, damit wir erst nach 15 Uhr fertig sind. Damit wir den Scream-Trailer hier gucken können. Also nur zur Info, heute soll Teil, also ein neuer Trailer zu Teil 6 von Scream rauskommen. Vermutlich gehen Ende unserer Aufzeichnungen und wir versuchen halt dieses Ende auf jeden Fall zu erreichen, beziehungsweise die Uhrzeit zu erreichen, zu der dieser Trailer rauskommen soll. Aber ich hab mir gedacht, da Antje jetzt den Film, den letzten Teil, glaub ich, nochmal gesehen hat gerade. Und weil ich es irgendwie süß finde, nehmen wir diese News mal mit auf. Die hab ich bei unseren Kollegen von Filmstarts gefunden. Kevin Williamson hat in der, oder den Kollegen von Entertainment Weekly ein Interview gegeben und, ja, hat in diesem Interview zugegeben, dass er es immer noch bereut, Randy, den Film-Nerd aus Scream 1 und Scream 2, der eigentlich dafür verantwortlich war, alle möglichen Referenzen und Regeln und so weiter zu erklären, dass er den halt aus Teil 2 gekillt hat. Er wollte damals irgendwie was Schockierendes für den Zuschauer bringen. Und ich mein, es war ja auch in dem Moment schon, wo man gedacht hat, ach, guck, ich guck mal, so ne beliebte, prominente Figur, jetzt schon hier auf Hälfte des Films raus. Tut mir leid für alle, die Scream 2 nie gesehen haben. Aber ihr habt noch ne Menge andere Morde, die auf die ihr euch freuen könnt, beziehungsweise ne Auflösung, die ich euch ja nicht verraten habe. Ich hab nur gesagt, dass Randy halt in Teil 2 gestorben ist. Und ja, er bereut es bis heute. Findest du es auch schade, dass er rausgeschnitten oder rausgeschrieben wurde? Ich mag die Figur wahnsinnig gern, aber dadurch, dass er ihn gekillt hat, hat er natürlich die Scream, die Unberechenbarkeit von Scream aufrechterhalten. Also von daher, dramaturgisch, gute Entscheidung, sympathisch. Also, Randy ist ne super Figur. Sagen wir wie's ist. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht hätte er im dritten Teil auch echt angefangen zu nerven. So, wenn er dann jetzt irgendwie mit irgendeiner... Der wär voll durchgedreht da am Filmset. Ja, mit so ner Trilogie-Regel noch. Er hätte selber noch einen Step gedreht. Es ist halt wirklich die Frage, wie man ihn, wie man seine Figur dann zum Set irgendwie bekommen hätte. Dass es Sinn gemacht hätte, dass er auch dabei ist. Naja, er ist... Aber er ist natürlich so als Berater, als Horror-Berater. Als Nerd-Berater, ja. Als Berater hätten wir ihm locker eine Rolle gemacht. Aber das sind halt einfach News, die finde ich total, solche News mag ich. Wenn Leute rückwirkend nochmal auf ihre kreativen Ergüsse blicken und sagen, vielleicht, und auch zugeben, vielleicht hab ich da irgendwas falsch gemacht. Ich find das total sympathisch so. Ja, aber zeitgleich, also, er sagt zwar über Reuds, aber trotzdem hat er ja im Interview auch gesagt, er findet's trotzdem im Nachhinein nicht falsch. Weil, wie du grad gesagt hast, er hat halt geguckt, irgendwie hat er gesagt, das hab ich für Charaktere. Ich kann halt Sidney und Co. nicht rauskillen, das geht halt nicht. Und Gale und Co. Also muss ich an die zweite Reihe ran. Und trotzdem war halt zum Dreh von Screen 2 schon klar, dass eben Randy unter den Fans vom ersten Teil halt der absolute Lieblingscharakter war. Und dann hat er sich halt gedacht so, wir machen einen Horrorfilm im zweiten Teil, du musst irgendwas bringen, wo die Leute echt mal kurz schockiert sind. Und dann musst du halt einfach mal in die Lieblingsfigur gehen. Er sagt trotzdem, für den Spannungserhalt und für dieses Gefühl, hier kann alles passieren, jeder kann sterben, mein, da trotzdem nach wie vor war das die beste Drehbuchentscheidung. Weil eben dann die Stakes hochgesetzt wurden und dann nicht klar war, ja, okay, alle haben Plot-Armor. Also von dem her ist er nach wie vor davon überzeugt, dass es richtig war. Aber rein jetzt, hätte er gewusst, dass die Legacy so lange bis heute weitergeht, hätte er den Charakter vielleicht dann doch noch drin gelassen. Ein Sexfilme, ne? Damit bewegen die sich jetzt auf Niveau von Nightmare und in Richtung Friday und Friday und keine Ahnung so, ne? Ja, nur mit einem qualitativ besseren Durchschnitt, finde ich. Das kommt auf einmal, wenn du fragst, aber insgerein vom, ja klar. Also bei Friday bin ich halt komplett raus. Ja gut, bei Freddy, ah, ich bin ein großer Freddy-Fan. Warten wir mal ab. Ich mag ja durch die Bank auch alle Freddy-Filme. Ich mein, wenn Horror, also ich mein, du wirst ja nur zu so einer Ikone, wenn du halt ein bisschen was auf der Liste hast, ne? Also ich weiß nicht, welche Figuren nur einen Film brauchten, um richtig sterblich, also da gibt's weniger, meiner Ansicht nach. Du hast einen Jack Torrance zum Beispiel, der hat halt einen Film gehabt und seitdem weiß man, wer er ist. Pennywise brauchte auch zwei Filme, beziehungsweise hat mindestens zwei Filme gekriegt, auch wenn es jetzt eine Geschichte war. Aber danach hast du ja fast nur Fortsetzungstäter, oder? Wenn du von den Großen... Also wär, glaub ich, relativ schnell bei den Leuten, die das mochten, ähm, nee, ich will nicht sagen Hype kreiert, aber durchaus Potenzial hätte, wär natürlich die am Ende als Killer enttarnte Figur von Malignant, weil die halt einen hohen Wiedererkennungswert in dem hat, wie sie killt und wie sie sich bewegt, das ist ja immer, also die hat viel Alleinstellungswert. Irgendein Film fällt mir grad... Der wird dann ja bestimmt auch noch ein zweiter Teil. 100 Pro, bin ich überzeugt. Und irgendein Film war doch auch irgendwie gerade, vielleicht komm ich noch drauf, aber neulich hab ich auch irgendeinen Film gesehen, wo ich dachte, da haben sie eine Ikone in den Sand gesetzt, die eine hätte werden können. Ähm, das war ne gute Killer-Figur, aber mit nem schlechten Film drumherum. Eure Spezialität. Terrorfire 2? Nee. Nee, das ist ja jetzt auch schon irgendwie ein gewisser Kult. Vielleicht komm ich noch drauf. Ich weiß es grad nicht. Slenderman wäre auch noch ne Figur, die hätte ein Kult werden können. Naja, aber Slenderman ist ja schon ein Kult, aber auch ein Film halt. Und wurde aber halt eben durch was anderes zum Kult, als jetzt eben, naja, ein Film. Der Film war das ja manchmal einfach verkackt halt, ja. Ja. Aber ansonsten, wer hat's denn mit nur einem Film geschafft, irgendwie zur Ikone zu werden? Unter den Horrorfiguren? Eigentlich niemand so richtig. Oder? Gilt die Figur aus Lights Out? Das ist auch so ne Figur, wo man denkt, die könnte nochmal ... Ist die auf einer Ebene mit einem Pinhead, mit einem Freddy, mit einem Michael Myers? Nein, eigentlich nicht. So, ne? Also, selbst Ghostface, ich mein, ne? Also, du weißt ja schon eher, wer Ghostface ist, als ... Ghostface hat immerhin noch als Bonus, finde ich, dass es ja hier wirklich nur um das optische Auftreten geht, weil er ist ja keine einzelne Figur. Aber ich finde, Terrifier kann man schon dazunehmen, weil es hat ja keine zwei Filme gebraucht, um diese Clowns-Figur so populär zu machen. Die war ja schon wirklich nach einem Film populär. Nee, die hatte noch mehrere Auftritte in den Kurzfilmen. Gab ja vor Kurzfilme noch, aber ... Und dadurch hat sie ja eigentlich so ein bisschen den ... Underground-Type, ja, ja. Hm. Auch ne gute Frage an euch da draußen. Gab es für euch Horror-Ikonen, die es mit nur einem Film geschafft haben? Beziehungsweise die jetzt wirklich nicht so viele Filme haben, wie jetzt die vergleichbaren, wie Jason? Na gut, Samara. Aber die hat, wenn du sagst, wenn du das nicht auf einen Film beschränkst. Ja, aber die hat ja auch mehrere, oder? Ring meinst du? Ja, genau. Aber es gibt ja acht Ring-Filme in Japan. Ach so, ja, stimmt. So Grudge gab's ja auch mehr. Es gibt ja viel mehr Ring-Filme in Japan als bei uns, die sind ja nicht rübergekommen. Aber selbst die haben alle mehrere Teile. Und so Grudge gab's zwei Originale, zwei noch mal asiatische Remakes, plus dann US-Remakes auch schon fünf, sechs Filme. Nee, vielleicht ist er doch. Vielleicht fällt uns ja im Laufe des Films noch ein. Christine. Ah, da wüsst du, also, hab ich nie gesehen. Wenn ich eine Horror-Ikonen nicht kenne, dann ist sie nicht ... Ist das der Truck, wollte ich grad sagen. Ja, so in seinem eigenen kleinen Universum. Der Truck aus Rea M. Ja, Rea M. Der mit dem Koppel-Gesicht drauf. Ja, genau. Den kennt man. Ja, gut. Wen man auch kennt, ist Francis Ford Coppola. Vor allem kennt man ... The Empty Man, würde ich sagen. Ach so, The Empty Man. Ja, aber ist der jetzt schon so ... Aber zählt da mehr die ... Da zählt ja, find ich, auch mehr so ... Eigentlich mehr die Legende. Die Legende als die Figur. Genau. Ja, man kann sich den Empty Man schlecht im Schrank stellen. Und du hast halt niemanden, den du ... Das ist halt keine richtige Verkörperung, ne? Genau, da gehört die Idee ... Ja, okay, ich hab recht. Also, du siehst die William Shatner-Maske, du weißt, bam. Du siehst die Krallenhand, du weißt, bam. Du siehst die Eishockey-Maske, bam. Ich liebe den Film ja, aber ich find auch halt, Empty Man ist mehr diese Sage drumrum, diese Legende, als die Figur, aber, ja. Und er hat halt noch nicht so ein Kult, meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Also, der Kult müsste, wenn, dann noch so ein paar Jahre wachsen. Er hat einen Kult. Ja, er hat einen Kult. Und uns. Und uns. Ne, gut, ihr habt recht, aber man kann den Film nicht oft genug droppen. Ja, genau. Das sowieso. Ja. So, kommen wir zu, ja, einem Mann, der auch ein paar Kultfilme gemacht hat. Nämlich Francis Ford Coppola, der will sich ja jetzt noch mal seinen Lebenstraum verwirklichen und einen Film drehen namens Megalopolis. Darin soll's um einen Architekten gehen, der ein völlig von einer Naturkatastrophe zerstörtes als New York neu aufbauen möchte, als Utopie, als so utopische Stadt von allen erdenkbaren Formen, Größen und Variationen, gespielt von Adam Driver, wenn ich's jetzt richtig verstanden habe. Und es gab laut Hollywood Reporter diverse Gerüchte, beziehungsweise diverse Hiobsbotschaften. Coppola hätte die gesamte Effektabteilung gefeuert oder beziehungsweise nach Hause geschickt. Es gäbe auch kein Setdesigner und so. Man hätte sich irgendwie verschätzt, was das Budget angeht, weil man irgendwie doch so viel wie möglich bauen wollte. Sich dann entschieden hat, nee, wir gehen jetzt doch auf Greenscreens und so weiter und so fort. Und ja, es scheint sich die nächste Reise ins Herz der Finsternis anzudeuten, denn das hat er ja nun mal schon einmal hinter sich gebracht mit Apocalypse Now, die Dokumentation dazu, fast genauso berühmt wie der Film selbst. Ja, Chaos gab's ja laut Berichten eigentlich fast an jedem seiner Filmdays, der großen. Jo. Ich mein, er hat ja schon mit ein, zwei anderen Filmen auch noch sein eigenes Studio in den Überraschend ist das jetzt nicht für seine Produktion. Aber offensichtlich nicht richtig. Er hat sich nämlich dann über eine andere Zeitschrift, ich glaube... Mir ist gerade einer eingefallen, ein Film von gerade, soll ich den jetzt noch nennen? Ja, sag. Trick or Treat. Der hat doch bisher nur einen, der kleine Kürbiskopf. Der zwar, der kommt dieses Jahr, aber, oder soll dieses Jahr kommen, aber... Ja, Sam, der kleine Sam heißt er. Sam, ja. Da, ne? Ja? Ja. Ich hoffe nur, ich mein, es ist schon lange her, dass der erste rausgekommen ist. Bei elf. Ja, und trotzdem erinnert ihr euch noch an Sam? Ja, klar, wir, weil wir den Film auch echt richtig mögen. Aber den könnte man sich in seiner Wirkung in den Schrank stellen, da geh ich jetzt gerade nach. Das stimmt, auf jeden Fall. Und der ist geil. Ja, absolut. Ja. Und ganz schwer zu kriegen in Deutschland leider. Trick or Treat. Ja, weil der nur irgendwie ganz wenig, glaube ich, nur eine Auflage hat, da muss man irgendwie 30 Euro für die DVD bezahlen. Aber wie gesagt, ein zweiter Teil ist in der Mache. Okay. Entschuldigung. Naja, alles gut. Ich hab's vergessen. Nee, aber gut einmal, ja. Ähm, ja, der wär vielleicht einer. So. Und ja, Francis Ford Coppola hat sich dann via Deadline gemeldet und hat gesagt, nö, ist alles cool, alles on time, alles im Budget. Und Adam Driver hat sich auch nochmal gemeldet und hat gemeint, er war schon auf weitaus chaotischen Filmsets. Und hier bei Megalopolis wäre alles soweit in Ordnung. Ich stell mir grad vor, so die Reporterin oder der Reporter, der sich freut, Gott, der will jetzt auspacken über die, über das Chaos beim Dreh. Alles super. Aber auch krass, ne, ich mein, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht, sondern da hätte er einfach, wenn es Chaos gegeben hätte, weiter durchgezogen bis zum bitteren Ende. Er hat ja halt nun in den 70ern eben schon diesen einen Film bis zum bitteren Ende durchgezogen, entgegen aller Widerstände und aller Taifune und Herzinfarkte und was da noch alles war und Drogen. Und, äh, es ist nun mal halt ein erwiesenermaßen Klassiker dabei rausgekommen, der übrigens jetzt nochmal ins Kino kommt, ne? Der Final Cut kommt jetzt nochmal. Auch schon wieder? Ja. Von Apocalypse Now. Naja. Und jetzt hat er sich trotzdem dazu genötigt gefühlt, zu sagen, ist alles fein. Arme Kerl. Naja, das Ding ist halt, also, was ich halt gelesen hatte, da hat er, glaub ich, jetzt nichts zu gesagt, dass ja das Budget ausgehen würde, langsam. Er ist ein bisschen verschätzt im Budget. Und da steckt ja, das meiste der Kohle ist ja von ihm selbst, was drin steckt. Also, da hat er sich wohl verkalkuliert, die wären irgendwie bei 120 Millionen und es reicht, wir sind nicht mal bei der Hälfte fertig quasi, also, brauchen wir vielleicht nochmal das Doppelte irgendwie. Das hatte ich gelesen, da hat er nichts zu gesagt, jetzt, ob das wirklich stimmt, aber ich mein, wenn's seine Kohle ist, dann ist es seine Kohle. Ähm, aber, ja, sonst, wie gesagt, wenn es, dann ist keiner, keiner irgendwie im Hintergrund, also, es gab ja wohl ein paar Meldungen irgendwie von so Staff, die meinten, ja, irgendwie war alles voll Chaos und Leute würden irgendwie hier und da rausgeschmissen, nicht bezahlt und irgendwie Effektleute würden dann wieder rausgeschmissen, nicht eingestellt und keine Ahnung, ähm, aber ja, weiß man halt nicht, ne? Na gut, er sagt jetzt halt selbst, die Effektleute wurden jetzt erstmal beurlaubt, beziehungsweise nach hinten angestellt, weil die sollen halt erst zum späteren Zeitpunkt irgendwie eingreifen und arbeiten, also, er möchte jetzt erstmal ein paar andere Sachen erledigen. Und er hat einen Set-Designer wohl am Start oder einen Set-Bauer, oder beziehungsweise den Production-Designer, das ist derjenige, der auch bei Mandalorian mitgemacht hat. Also, äh, er belegt halt, dass diese Leute eigentlich existieren, sie werden nur wahrscheinlich jetzt nicht so zum Einsatz kommen, wie sich das vielleicht gewisse Zeitschriften oder Leute gedacht haben. Oder natürlich waren einige besorgt, dass sie halt eben nicht zum Zuge kommen und das wollte er jetzt dann halt entgegenwirken. Ich denk mal, da ist dann halt auch ne Menge Gesellschafts-, äh, Gesellschafts-Gewerkschafts-Scheiß, den du da irgendwie mit beachten musst und auf den du da eingehen musst und den du wahrscheinlich auch nicht erzürnen willst. Ja, oder wie du schon sagst, dann stellst du irgendeine Abteilung aufs Abstelltleis erstmal und sagst, ich komm mal im halben Jahr wieder oder so. Und dann muss einer nur sauer sein, geht halt zu irgendeiner Zeitschrift und sagt, ey, bei unserem Set ist voll Chaos, wir sind alle gerade irgendwie abgezogen worden oder so. Und schon hast du ja so ein Gerücht in der Welt. Ähnlich wie bei Witcher. Oder bei, ähm, Don't Worry Darling. Wo ich mir auch hätte, im Nachhinein hätte vorstellen können, dass da negative, dass sich das so wie eine Welle entwickelt hat. Dass das alles nur so halb so heiß war, wie jetzt gekocht wurde. Ja, genau. Weil eine Person hat mal angefangen und dann die nächste angesteckt und dann ging das immer so weiter, bis es bei den großen Leuten ankam. Aber wir wissen's ja nicht, das wär so spannend. Naja, aber ich mein, ich muss schon sagen, diese Aktion, dass sie da diese Scheidungspapiere bei irgendeiner Rede oder irgendeiner Rede. Ja, das war schon krass. Ähm, also, das, das war auch schon Quatsch. Also, da wird's ja richtig albern. Ja, ja. Ich, äh, würde mal behaupten, weder Olivia Wilde noch, ähm, Jason Sudeikis, äh, Sudeikis, ähm, sind interessiert an so einer Art von Publicity. Wenn ich's recht, wenn ich nichts, äh, nicht mitbekommen hab, dann hat sich ja Jason Sudeikis auch nie geäußert, was ich sehr sympathisch finde. Eben. Und das mein ich, weißt du, und wenn dann sowas dann hochgekocht wird und zum eigentlichen Thema wird, dann ist es irgendwie albern, meiner Ansicht nach. Das, das, das tut ja dem Film, also, hat ja für den Film nichts zu tun. Ja, hat mit dem Film nichts zu tun. Und der Film hat seine eigenen Probleme, beziehungsweise seine eigenen Qualitäten. Und, ähm, ich find, also, das war so ein Punkt für mich, wo ich auch gesagt hab, ab jetzt will ich gar nichts mehr wissen. Und, ja, über die Qualität des Films hat's jetzt auch nicht irgendwelche, äh, Aussagen getätigt. Dementsprechend. Ich bin trotzdem weiterhin gespannt auf Megalopolis. Ich könnt mir vorstellen, dass das ein Edellangweiler wird, weil der baut ne Stadt. Können wir da machen. Äh, da wird kein großer Hubschrauberangriff zum Valkyrenritt stattfinden, so. Aber, ja, wenn der so viel Kohle reinsteckt, will er bestimmt irgendwas erzählen. Baut die Stadt wirklich. Er baut die Stadt wirklich, ja, so wie dieser eine Regisseur, der diese, Dau, heißen sie Dau? Mhm. Ja. Wo ich ja auch noch echt schwer daran interessiert bin, mal sowas zu schauen, ne? Also, das Interesse ist trotzdem da. So verwerflich, dass alles irgendwie dann doch im Kleinen sein kann oder im Detail sein kann. Aber Bock hab ich da auf jeden Fall drauf. Aber hier, nee. Wenn ich schon seh, die wollen mit The Volume arbeiten oder höre oder lese, dann, ähm, hab ich da schon gewisse Vorstellungen. Und das kann ja gut aussehen. Kann ja gut aussehen. Nicht so gut sieht's gerade aus für Michael Bay. Der ist nämlich verklagt worden. Warum? Weil beim Dreh von Six Underground soll eine Taube getötet worden sein. Die wurde von einem Kamerawagen überrollt während der Dreharbeiten. Das wurde festgehalten von einem Fotografen oder einem Paparazzi, der jetzt auch als Zeuge innerhalb des Prozesses irgendwie auftaucht. Und das wär jetzt eigentlich nicht so ein Riesending. Ja? Also bezüglich weiße fragt man sich, okay, da ist eine Taube irgendwie umgebracht worden. Wo ist das Problem? Wo war's? In Florenz oder Rom? Ich glaube... Florenz... Ja, mein ich auch. Ja? Da stehen diese Tauben unter Tierschutz. Beziehungsweise ist es halt einfach eine Spur schlimmer, wenn da so eine Taube ums Leben kommt. Die haben speziellen Atemschutz da. Genau, die haben speziellen Atemschutz da. Und deswegen ist das Ganze auch vor Gericht gelandet. Beziehungsweise wurde es hochgekocht, weil Michael Bay, der eigentlich eine Entschädigung dafür zahlen sollte, die gar nicht mal so hoch war, gesagt hat, nö, mach ich nicht. Weil, das wäre ein Schuldeingeständnis. Und ich hab das nicht. Also, er wird angeklagt, weil er als Regisseur verantwortlich ist für das Set. Ja, und er sagt halt, ich bin kein, ich bin Tierliebhaber, ähm, weil ich würd niemals irgendwie absichtlich eine Taube töten für einen Film oder überhaupt Tiere töten für einen Film. Und ich hab auch kein Tier getötet. Und deswegen will er halt nicht zahlen, weil es halt dann, wie gesagt, ein Schuldeingeständnis wäre. Ja. Ja. Ich weiß nicht so richtig, was man jetzt dazu sagen soll. Ist immer scheiße, wenn sowas passiert. Als es hieß, er hat eine Taube, ich kannte die News nicht, hätte ich jetzt gedacht, ich wusste nicht, ich hätte jetzt nix Underground, ich hatte das nicht mehr so im Kopf, hätte ich jetzt aber zugetraut, dass da irgendwann mal weiße Tauben durchs Bild fliegen, ich weiß das aber nicht. Tun sie auch her. Tun sie, okay. Den besten John Woo-Style. Aber war das denn, war das eine Filmtaube? Ist das bekannt? Das ist eine Brieftaube gewesen. Okay. Und gut, wenn die unter Naturschutz steht, dann wird das Kamerateam, oder das Drehteam, die wahrscheinlich nicht mitgebracht haben. Und dann wäre es ja eine US-amerikanische Taube gewesen. Vermutlich kommt die von da wahrscheinlich. Ich weiß nicht, steht eine US-amerikanische Taube in Florenz unter Naturschutz? Das muss man jetzt herausfinden. Das passt ein bisschen wie Worte der Kokos, das ist die Frage einer afrikanischen Schwalbe. Das muss man jetzt herausfinden. Aber ja, sowas ist blöd. Liebe, liebe Recherchierende da draußen, ja bitte, steht eine amerikanische Taube, die in Florenz zerquetscht worden ist, wirklich auch unter dem gleichen Naturschutz wie eine florentinische Taube? Ich glaube, man kann da... Das sind die Fragen, die die Welt bewegen. Ich glaube, man kann da halt komplett unterschiedlich rangehen, wenn man sich das halt vor Augen führt, da wäre ein Mensch halt getötet worden und jetzt halt eine Taube. Mein Gott, also es ist halt scheiße, wenn sowas passiert. Was soll man sagen? So. Also das Ding ist halt, wenn es das Foto gibt, dann war der ja definitiv eine tote Taube. Punkt. Ja. So, wenn das Foto halt auch vor Gericht irgendwie angenommen wurde. Und die Frage ist einfach, was passiert ist so. Ist mir gleich tot vom Himmel gefallen, dann ist der Kamerawagen dran drüber gefahren. Genau, also das müsste man eigentlich... Ist der Kamerawagen eben in einer sehr rasanten Action-Szene wirklich eben unbeabsichtigt drübergerollt, weil die da frei rumdödelte. Trägt die eine Mitschuld, hat sie nach links und rechts geguckt. Hat die Taube gezeigt, dass die die Straße will. Nee, Spaß beiseite. War es dir Suizid gefällt. Spaß beiseite. Aber man muss ja auch die Umstände klären. Und wenn sie sagen, okay, er ist halt verantwortlich am Set für die gesamte Sicherheit aller Menschen und Tiere, okay. Ähm, aber ich geh jetzt... Also ich möchte mal davon ausgehen, wenn er sagt, natürlich, das war keine Absicht, dann glaub ich mir das erst mal. Ich glaub jetzt nicht, dass die für so einen Film eine Taube überfahren. So, das bezweifle ich schon mal stark. Wenn's zum Unfall im Set gekommen ist, ja, blöd. Ähm, aber er will sich halt auf die Fahne schreiben wahrscheinlich, dass ich verantwortlich bin für den Tod von einem Tier an diesem Set. halt, ich frag mich eh, ist das nicht ein Fall für die Versicherung von so einem Film? Und ich frag mich, wie kann so was passieren? Weil man muss ja überlegen, ich mein, es ist, was im Zweifelsfall bei so großen Drehaufwänden eine frei rumfliegende Taube auslösen kann, im Zweifelsfall. Wie kann die da so, wie kann die da gewesen sein? Wenn ich halt zum Set gehörte, frag ich mich halt, warum war die dann überhaupt frei? Genau, genau, ja. Ja gut, also wenn sie jetzt eine Verfolgungsjagd in den Straßen von Florenz drehen ... Und da fliegt eine Taube rum, das kann richtig schiefgehen im Zweifelsfall. Genau, und da fliegt eine Taube rum, die hat sich einfach irgendwie auf die Straße gehockt und hat halt nicht mitgekriegt, dass da jetzt eben gerade ein Auto mit 200 kmh angeraust kommt. Und ja, dann war sie vielleicht langsam. Oder zu langsam. Vielleicht war sie auch schon vorher verletzt und konnte sich halt dementsprechend nicht schnell genug wegbewegen. Kann alles sein, ja. Kann halt alles Mögliche sein. Aber ich find's schon irgendwo merkwürdig, dass man halt ihn als Einzelperson direkt dafür belangt. Ja. Weil, sind wir ehrlich, so ein Dreh hat auch mal eine Second Unit oder eine Third Unit oder was weiß ich. Der hockt doch nicht bei jeder Aufnahme. Neben dem Kamerawagen. Genau. Wir wissen, Michael Bay macht verdammt viele Aufnahmen, die sogenannten Inserts, um halt wirklich seine Szenen mit 1080 Bildern pro Sekunde zu unterfüttern. Ja, da war der doch nicht bei jedem scheiß Bild dabei. Der hat doch nicht jedes Mal neben dem Kamerawagen irgendwie gehockt. Nee, ich hab auch das Gefühl, das ist nur so eine Statement-Anklage. Naja, das Ding ist ja, es wurde ja einfach hochgepusht durch die Tatsache, sie wollten ihm ja einfach nur eine Buße geben. Also, er sollte einfach eine Buße zahlen. Er will's auch nicht eingestehen. Aber die will er halt nicht eingestehen. Sie haben wohl schon dreimal drei Anläufe gestartet, um außergerichtlich eine Einigung zu erzielen. Wie du sagst halt, die Summen sind ja nicht hoch. Nee. Bezahlt der mit dem Kaffeetasten. Aber er will halt einfach nicht zugestehen, dass er daran schuld ist. Ja. Ich finde, ja, kann ich irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich angeklagt würde für irgendetwas und ich wüsste, ich kann mich halt mit Geld daraus manövrieren, weil ich's ja nicht war oder weil ich mir keiner Schuld bewusst bin, dann wird mir ja eine Schuld aufgedrängt in dem Moment, wo ich das bezahle. Genau, genau darum geht's. Und ich kann in Gedanken, selbst wenn das so eine Lappalie ist in diesem Fall, wie gesagt, Tod eines Lebewesens, eine Lappalie zumindest, ist immer ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, selbst wenn's so, nennen wir's mal eine Lappalie ist, ach, ich weiß es nicht. Ich könnte genauso gut argumentieren, was stellt er sich so an, räum's doch aus dem Weg, du machst es doch so nur größer, die ganze News. Denk ich mir halt auch. Ich kann da unterschiedlich rangehen. Er will halt, glaub ich, einfach nicht, dass im Wikipedia-Artikel von ihm drinsteht, hat eine Taube getötet, hat dafür Gassen-Sass bezahlt. Er will einfach, glaub ich, nicht ... Steht das wirklich ... Ey, keine Ahnung. Na gut, sie wollten's außergerichtlich regeln, ne? Ähm ... Haben sie jetzt halt nicht geschafft? Also, genau, ich geb dir aber vollkommen recht, genau. Dadurch, dass das jetzt komplett vor Gericht geht, wird's größer, als es sein müsste. Wahrscheinlich hättest du keine mitbekommen, wenn er einfach, ja, hier ... Genau. Und wenn es außergerichtlich geregelt worden wäre, würde es ja auch nirgendwo stehen. Genau. Dann wäre er nicht schuld eines ... Wäre das Medienecho gar nicht da oder nicht so groß, ja. Aber er möchte offensichtlich als rein dastehen. Ja. Ist auch ne Entscheidung. Also, muss man einfach so mal akzeptieren. Klar. Da gibt's, glaub ich, kein richtig und kein falsch. Nur falsch, dass natürlich ... Naja, also, falsch ist, dass ein Lebewesen für den Film umgekommen ist. Aber zu diesem Thema werden wir auch noch mal zurückkehren. Aber es ist ja was anderes für einen Film umgekommen. Wie gesagt, es kommt drauf an, ob es eine Stunt-Taube war. Naja. Stunt-Taube? Ja, ich mein, ihr kennt doch ... Er ist noch mal die ... Steven Seagull aus The Shallows. Die hatte ja sogar einen Namen. Also, es gibt Stunt-Vögel für Filme. Ja. Das ist ... Würde ich halt an Michael Bates-Steller auch erst mal klären wollen. Ist das ein Vogel, der einfach ins Set geflogen ist? Ja. Oder war das ein Vogel, den wir eigentlich für den Dreh vorgesehen hatten? Ja. Und wenn das ein Vogel ist, der einfach so ans Set geflogen ist ... Ich mein, es war unter freiem Himmel wahrscheinlich, die Dreharbeiten. Genau, und das kannst du ja nicht verhindern. Das kannst du ja nicht verhindern, genau. Ja. Aber ... Und ich mein, ne, das Thema ist ja auch sowieso grad noch in den Medien, auch hier wegen Niklas mit der Refn-Serie. Er soll ja für Kopenhagen Cowboy, da ist die Peter ja auch gegen ihn am wettern. Er soll für den Dreh ein Schwein getötet haben. Hab ich gehört. Das war dann wiederum für die Geschichte, für den Dreh, für die Handlung. Genau, aber auch da, das ist nicht belegt, ne? Das ist nicht belegt? Nein. Nein, nein. Okay. Die Peter sagt, es wurde ihnen zugesteckt von irgendwem am Set. Ja, die haben wahrscheinlich ... Das ist erst mal der Status. Der hat wahrscheinlich von dem einen Typ, der die ganze Zeit, von diesem Sven, der die ganze Zeit verprügelt wird ... Die Streie gehört. Die Schreie gehört. Hast du schon mal reingeguckt? Ich hab noch nicht reingeguckt, nein. Da gibt's halt eine Figur, die wird halt zu Beginn der Serie relativ oft bestraft. Mhm. Und die spricht aber nicht, sondern die quiekt halt die ganze Zeit wie ein Schwein. Wie ein echtes Schwein. Da haben sie Schweinegeräusche. Immer wenn der irgendwie zusammengeschlagen wird, schreit er wie ein echtes Schwein. Okay. Und vielleicht hatten sie das auch schon während des Drehslaufen. Und irgendjemand hat gedacht, oh Gott, was machen die mit den Tieren? Das machen die mit den Tieren, ja. Hinzu kommt, dass der Film auch, zumindest jetzt anhand der ersten zwei Folgen hier und da mal in dem Schweinestall, ja, die Serie, die Serie anhand der ersten zwei Folgen auch hier und da schon mal in dem Schweinestall spielt. Also da kommen schon ... Ja, der Opening-Shot mit den Credits ist doch über so ein Schweine-Mast-Farm-Ding. Genau. Also die Bezüge sind da, um da gewisse Sachen zusammen ... Wir wissen's doch nicht. Wie gesagt, es gibt bisher kein Statement dazu seitens der Produktion, aber ich kann wieder nicht ... Da ist Netflix hinter ... Da steht doch keiner von Netflix, die sind auch mit am Set. Da steht doch keiner am Set und lässt zu, dass der ein Schweine-Mast-Farm-Ding ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings hat Netflix auch sehr wenig Werbung für diese Serie bisher gemacht. Das hat Prime für Two Old, Two, Three Young auch nicht, weil sie wissen, was das für ein experimentelleres Scheiß ist. Im besten Sinne. Ey, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist nur ... Aber ich sag grad, da haben wir zwei Fälle gerade mit Tierleid irgendwie. Und wir kommen, wie gesagt, gleich noch mal auf das Thema Tier-Tode zu sprechen. Ja. So, vorher würd ich aber noch kurz einmal die letzte News abhaken. Ja, Mel Gibson dreht Passion Christi 2. Jesus schlägt zurück. Resurrection heißt der, oder? Resurrection heißt der natürlich. Ja, ich mein, gut, im ersten Film ging's um die Kreuzigung Jesu Christi. Jetzt geht's um die Auferstehung Jesu Christi. Aber es ließ sich so geil, ey. Das ist halt Resurrection. Jesus Resurrection. Vor allem, wenn du so die Bilder von Mel Gibson im Kopf, ja, und dann lest du Passion of the Christ Resurrection. Resurrection. Das ist halt so ein bisschen wie so Titanic 2. Ja, oder Gandhi 2. Die ist wieder da. Ja. Aber klar, ich mein, es ist ein super erfolgreicher Film gewesen. Ja, aus 30 Millionen US-Dollar weltweit 612 gemacht. 612, das wär vielleicht auch noch mal ne Frage. Wollte ich grad sagen, müssen wir uns merken jetzt. Müssen wir uns merken, ja. Bis nächstes Mal, ja. Und, ja, es steht alles. Er hat wieder mit Randall Wallace, den Drehbuchautoren, mit dem er schon Braveheart geschrieben hat, hat er jetzt die Story fertig. Anfang des nächsten Jahres sollen die Dreharbeiten beginnen. Was aber dann halt auch bedeutet, dass die Dreharbeiten zu Little Weapon 5, wo eigentlich das Drehbuch schon fertig ist, was Richard Donner mal angefangen hat, und dann aber halt aufgrund seines Todes nicht beenden konnte. Und Mel Gibson hat es dann fortgeführt mit dem Drehbuchautor von die Equalizer. Die haben das jetzt zu Ende geschrieben, aber Gibson sagt halt, ja, ja, durch die Fusion von Warner und Discovery gab's wohl, und dann wurde der eine gefeuert und kam der andere zurück und was weiß ich, gab's halt wohl diverse Verzögerungen. Und jetzt startet er halt im Namen des Herrn. Beziehungsweise dreht zuerst den Sohn Gottes und dann selbst die Regie und auch die Hauptrolle für Little Weapon 5 zu übernehmen. Habt ihr den mal gesehen, Passion Christi? Ich mein, der war ja auch ein... Also, mehr Nische geht eigentlich nicht. Ich mein, der Film ist auf Aramäisch oder sowas. Also, der ist halt wirklich noch in einer sehr alten Sprache, die ganze Zeit mit Untertiteln. Und dass den dann doch so viele Menschen sehen wollten. Ja, das ging ja total ab, so. Also, da saßen ja Leute im Kino und haben einfach die ganze Zeit nur durchgeheult, irgendwie halt gerade eben sehr gläubige Menschen. Weißt du, aber in unserem Kino saßen vor allem eher so die älteren Menschen, so Ü60, die da sich rotz im Wasser geheult haben, weil sie da so into waren. Also, es hat anscheinend sehr viele Leute, vor allem wahrscheinlich gläubige Menschen, dann doch irgendwie mitgerissen, irgendwie diese ganze Leidensgeschichte. Ja, und hinzu waren ein paar Splatter-Fans auch glücklich. Klar, der war halt sehr hart, ne? Und, naja, bei dem Film wird trotzdem, und das ist ja bei Gibson hier und wieder schon mal der Fall, wenn Gibson Brutalität und Gewalt inszeniert, dann fühlst du das auch immer ein bisschen, ja, so aufgegeilt irgendwie an. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, er suhlt sich ja immer mal wieder gerne in solchen Bildern, die halt sehr hart sind. Und man fragt sich, zu welchem Zweck. Also, beziehungsweise der Zweck kann halt schon in eine andere Richtung verstanden werden. Und Antisemitismus wurde dem Film ja auch unterstellt, von viele, also von einigen Seiten so. Ähm, sind wir gespannt, ob das sich mit Teil 2 ändern wird. Vor allem, ob der zweite Teil dann nochmal so ein Hit wird. Ja, vor allem halt, ne? Nachdem Gibson sich jetzt im letzten Jahrzehnt auch öfter in die Richtung schon sehr, sehr deutlich geäußert hat. Da gab's ja die ganzen Tonbandaufnahmen und so weiter. Auf der anderen Seite hat er jetzt aber auch viel Rehabilizierungsarbeit geleistet. Hat er wirklich? Hat er wirklich, ja. Also, nicht zu der Sache. Er hat sich einfach geschlossen gehalten. Ja. Und hat einfach sein Ding gemacht, ne? Ja, aber, ne? Ich mein, und dann hat er so was wie Duster Cross Concrete auch noch gespielt, ne? Mit Vaughn zusammen, der ja auch in die gleiche Kerbe zu schlagen scheint, auch wenn man seine Interviews liest. Vince Vaughn? Ja, ja. Echt? Ja, ja, der soll ja auch ziemlich politisch, doch auf jeden Fall sehr konservativ sein jedenfalls. Ja, da waren zwei, die sich ja sehr gefunden haben, in dieser Rolle da auch aufzugehen, ne? In diesen, ähm, ja, wie gesagt. Würden wir ja wohl noch sagen. Ja, genau. Mir gibt's einen auf jeden Fall schwieriger Typ so und der dann sowas da noch dreht, ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, vielleicht wird's zum Verhängnis. Auch wie gesagt, obwohl er so aus den Negativ-Schlagzeilen ja schon ein bisschen raus ist, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, ja, aber wie du sagst, nicht, weil er sich jetzt irgendwie, weil er da Reue gezeigt hat, sondern einfach mal die Fresse gehalten hat. Weil man natürlich sagen muss, wenn du sagst, das Zielpublikum von Passion of the Christ war 60+, ob 60+, dann mitkriegt, was es mitnimmt. Also will ich jetzt nicht sagen, dass das das Kern, also ich weiß halt nur noch, dass da viel darüber gesprochen wurde, als ich im Kino damals war, auch halt, vor allem ältere Leute, die da sehr mitgenommen waren, aufgrund dieser Leidens-, den Leidensweg halt. Und ich bezweifle, dass, sag ich mal, die Kernzielgruppe, dass die so wirklich viel von Drag the Cost and Creed mitbekommen hat. Na, natürlich nicht. Das meine ich ja auch gar nicht. Die lesen ja auch kein Vanity Fair und gucken, was Mel Gibson mir für Scheiße erzählt hat. Ich sag halt nur, in der öffentlichen Wahrnehmung ist Mel Gibson ja schon auf jeden Fall ein schwieriger Typ. Ja, die sagen sich auf jeden Fall, ach, guck mal, Teil 2 von Jesus. Geil. Guck ich mal an. Den ersten war ich ja auch schon damals. An Ostern, ja. Wird wahrscheinlich an Ostern rauskommen, ne? Ja. Gut, so, das waren unsere News. Und damit geht's jetzt, weil wir thematisch schon dabei waren, geht's jetzt in die Kinostarts der Woche. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit dem Mond. Du brauchst ne Kaliber 12, Schnellfeuergewehre, ne automatische Wesson und Dammwerfer zur Sicherheit. Nein, nein. Du brauchst, du brauchst, du brauchst, du brauchst. To look at you, to look at you, To look at you, to look at you, To gunshots and my thoughts, Scheiße, yeah. Ich warst aber alles sehr gut zusammen. Wer hat den geschnitten? Das war gut. Bill. Schön. Der war echt gut, ja. Soundbildschere war perfekt. Ja, und machen wir direkt mit dem Film oder starten wir direkt mit dem Film, den keiner von uns gesehen hat, der diese Woche anläuft und ja, vor allem für Jennifer Lopez-Fans geeignet. Ja, auch meine erste Assoziation. Also für mich. Ich wollte sagen, wer ist denn die Definition Jennifer Lopez? Er kriegt schon viel Häme ab, beziehungsweise er wird schon sehr durch die Presse gepeitscht. Es geht hier um das Ehepaar, er ist ehemaliger Footballstar, Darcy ist seine Frau, die wollen in der Karibik irgendwie heiraten, richtig fancy Hochzeit, ganze Eltern und Verwandtschaft ist eingeladen, aber plötzlich tauchen da ein paar Piraten auf und entführen oder nehmen diese ganze Gesellschaft als Geiseln und nur das Ehepaar entkommt und muss sich jetzt oder will sich jetzt zur Wehr setzen gegen eben diese Piraten. Gespielt halt von Josh Duhamel und Jennifer Lopez, die hier in Shotgun Wedding die Hauptrollen spielen. Jennifer Coolidge ist die Mutter von Josh Duhamel, soll wohl ein Lichtblick im Film sein, genauso wie die Action-Szenen, die halbwegs ordentlich sind. Alles andere würde eher schlecht als recht funktionieren, vor allem der Humor. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hätte Bock, einfach den zu gucken mit den Gedanken, vielleicht geht es so in Richtung Night and Day, im schlechtsten Fall in Richtung Kiss and Kill. Wobei man in der richtigen Stimmung auch an sowas wie Kiss and Kill gerade eben noch halbwegs ... Nein, Kiss and Kill ist blöd, vergess das. Aber ich mag halt einfach Jennifer Lopez, ich sehe sie gern. Josh Duhamel ist mir jetzt egal. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ... Wenn der Trailer ein fairer Deal ist, ja, dann hätte ich da durchaus Lust drauf. Aber dafür gehe ich jetzt auch nicht ins Kino. Den gucke ich irgendwann, wenn der auf irgendeinem Streaming-Dienst läuft. Aber dann auch nicht mit dem Ich will das Jahr kompletieren, sondern mit Schade, dass ich den verpasst habe. Also, ich glaube, vielleicht kann ich den ja einigermaßen mögen. Auch wenn wahrscheinlich am Ende alles gut ist, man genau weiß, wie es abläuft und so. Ja, glaube ich halt auch. Ich hatte vom Trailer her auch eigentlich ein bisschen Bock drauf. PV war dann genau, als ich irgendwie unterwegs war. Ich bin fast ein bisschen drauf gefreut, so, weil ich auch das ist ein schöner No-Brainer. Aber ja, ein großer Wurf wird das nicht sein. Wenn man ein bisschen Spaß haben kann, wie gesagt, die Action ist okay irgendwie. Also, das habe ich halt gelesen, dass die Action okay wäre. Wenn die Action okay ist, so. Und ich weiß halt, ich mag Jennifer Lopez auch, sie hat einfach immer eine geile Präsenz irgendwie. Wenn sie das ein bisschen für sich vereinnahmen kann, kann funktionieren auf so einer schönen seichten Ebene. Die Frage ist halt, was der Schwerpunkt dieses Films ist. Ja, genau. Wenn auch Humor ist, und der Humor nicht funktioniert, hast halt das Leben. Genau, das ist ein Problem, ja. Aber... Sieht halt aus wie Ticket ins Paradies mit Piraten. Ja, hoffentlich gibt er sich mehr Mühe als Ticket ins Paradies. So. Oder Rack 3 ohne Zombies. Rack 3 ohne Zombies. Rack 3 ist auch der mit der Hochzeit. Stimmt, der spielt auch in der Hochzeit. Ja. Gut, dann haben wir aber einen Film. Der trägt hier in Deutschland den Titel Rache auf Texanisch. Heißt im Original aber nur Vengeance. Und es geht um einen Autoren-angehenden Podcaster. Er schreibt, glaube ich, für den New Yorker, oder? War das der New Yorker? Äh, ja, ich meine schon. Ja, und er wird eines Nachts angerufen und der Bruder einer jungen Frau, mit der er mal eine Affäre hatte, meldet sich und sagt, diese junge Frau ist gestorben und er möchte doch bitte zur Beerdigung kommen. Denn sie, nee, er hat seiner Schwester so viel bedeutet und sie hat so viel von ihm gesprochen. Und weil er ein lieber Kerl ist, der sich halt dann doch in solche Geschichten eher reinreden als rausreden lässt, reist er nach Texas, lernt die Familie seiner Affäre kennen und lässt sich halt dann vom Bruder auch überreden. Rache zu üben. Wie die Rache aussehen soll, weiß noch keiner so wirklich. Aber er stellt jetzt, auch weil er halt als Podcaster richtig durchstarten will und gemeinsam mit einer New Yorker Podcasterin schon Kontakt auf, oder zu einer Podcasterin schon Kontakt aufgenommen hat, sieht er in dieser Geschichte eben eine Geschichte, die es wert ist, als Podcast erzählt zu werden. Und stellt halt Nachforschungen an, warum diese junge Frau gestorben ist. Und rennt mit seinem Diktierger. Und rennt mit seinem Diktierger, ja. Und jetzt könnte man denken, das ist so eine Komödie, die irgendwann zum launigen Actionfilm wird. Oder halt so ein humorvolles Drama, das dann halt am Ende richtig ernste Züge annimmt. Und irgendwie ist es ein bisschen da drin, aber es ist alles andere als der typische Rachefilm, den man unter dem Titel erwarten würde. Denn der Autor, Regisseur und Hauptdarsteller BJ Nowak, ähm, ja, er zählt dann doch eine ganze Menge zum Status Quo gerade in Amerika, zum gespaltenen Verhältnis zwischen Großstädtern und Landbevölkerung in Amerika, zur medialen Macht und eben auch zur, wie kann ich das jetzt am besten beschreiben, wie gewisse Nachrichten gemacht werden und in ihrer Bedeutung verlieren. Weil die eigentliche Botschaft oder der eigentliche Inhalt dieser Nachrichten durch eben den öffentlichen Diskurs immer weiter aus dem Fokus gerät und man einfach am Ende über ganz andere Dinge redet, als über das, worum es eigentlich mal ging. Das sind so die Themen, die dieser Film aufgreift. Plus halt, er versucht halt schon, hier und da mit eben diesem Hillbilly-Klischee zu brechen und zu zeigen, hey, das sind auch ganz normale Menschen, die haben auch ihre eigene Art und Weise zu denken, aber die ist nicht so wirklich fernab von dem, was wir irgendwie als wertvoll oder moralisch einwandfrei oder sonst irgendwas betrachten. Sie haben halt nur eine andere Art und Weise, das auszudrücken. Und die widerstrebt so ein bisschen dem vielleicht dem Großstadtdenken oder dem Großstadt-Sprech. Ja, hab ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Nö, was ich mich umfängen will. Und ich muss sagen, ich hab nichts von diesem Film erwartet und ich war doch angenehm überrascht, was das letztendlich geworden ist. Ashton Kutcher hat hier noch einen Auftritt als Musikproduzent, der ein paar schöne Sachen von sich gibt. Aber wenn ich irgendwie so einen Kritikpunkt ausmachen könnte, dann wäre es unter anderem die Darstellung von Ashton Kutcher. Den fand ich ein bisschen steif in seinen Äußerungen so. Obwohl das, was er sagt, war eigentlich schon relativ wichtig. Er kriegt auch nicht so viel Raum, muss man sagen. Genau, das kommt noch hinzu. Aber die Sachen, die er gesagt hat, die haben mich auch zum Nachdenken gebracht. Die Sachen, die BJ Nowak irgendwie von sich gibt, fand ich auch in Ordnung. Und ja, auch so dieses Thema True Crime kommt da ja zum Tragen. Inwiefern es eigentlich sinnvoll ist, so eine Geschichte zu recherchieren, wenn am Ende ja eben nicht dabei rauskommt, wer verantwortlich ist für ein Verbrechen. Genau. Sondern halt nur die Suche danach zum eigentlichen Ziel erklärt wird. Genau, das ist ja so ein bisschen eben was dann der Produzentin, der Podcast-Produzentin, was ihr halt mehr wert ist. Er sagt halt an einem Punkt so, ich muss hier weitermachen, ich muss noch mehr recherchieren, wir wissen noch gar nicht, wer es ist. Und sie sagt, ist egal, das ist gar nicht so wichtig, wir brauchen erst mal nur die Story, wir brauchen den Weg. Und zwar kommt die zweite Staffel. Also der geht so um den Verkauf und ihm geht's ja eigentlich um was ganz Persönliches. Genau. Und er hängt da zwischen den Seilen. Ich will aber erfolgreich sein, also gebe ich dir das jetzt? Oder arbeite ich weiter dran? Oder mache ich es alleine? Oder was auch immer. Genau, diese Diskrepanz, die Behandlung von solchen True Crime-Themen, echten Verbrechen in der Medienwelt ist auch so ein kleines, nicht ein großes, aber ein Rand-Thema. Genau. Ja. Und ansonsten, Boyd Holbrook spielt den Bruder, der macht's gut. Ich finde die beiden Schwestern, finde ich, sehr lustig von der Verflossenen. BJ Novak, fällt mir jetzt so schauspielerisch nicht unbedingt auf, aber macht seine Sache auch ordentlich. Ich finde halt ... Der hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sagen würde, dass ich den in The Office erkannt habe durch diesen Film. Weil ich kannte den vorher gar nicht. Und hab jetzt gerade angefangen, The Office mit ihm zu gucken. Und da dachte ich, Moment, das ist doch der aus Rache auf Texanisch. Ich muss auch sagen, ich war bislang nie so wirklich mit ihm vertraut. Ich hatte ihn nicht so, also wie er so spielt oder was er so macht, hatte ich nicht so unbedingt auf der Uhr. Aber ich finde für ein Regiedebüt, dass auch was aussagen möchte und dass sich einiges vornimmt. Also ich würde auch sagen, er packt sich ein bisschen viel auf die Agenda oder auf die To-Do-Liste und kriegt nicht alles so richtig abgearbeitet. Aber einen Großteil, finde ich, den bringt er schon relativ stimmig zusammen. Und wenn dann so ein Film ist, der Vengeance heißt und du denkst, okay, du siehst jetzt halt die nächste Rache-Geschichte, der dann halt doch relativ smart mit den Dingen umgeht, die er verhandeln möchte und dann am Ende sogar noch so ein Ende bietet, wo du halt denkst, hui, das hätte ich jetzt aber anhand des bisherigen Films nicht unbedingt gedacht. Finde ich das eigentlich mehr als ehrenwert, beziehungsweise sollte man diesen Film vielleicht dann doch mal sich so auf die Liste setzen als kleinen, weiß ich nicht, zwischendurch-Tipp oder so. Ich hatte halt auch verlaufen, falls du den falschen Fuß erwischt, ne? Wie du schon sagst, der Film heißt halt Vengeance oder Rache auf Texanisch. Und ich dachte auch, es wird vielleicht in die Richtung so ein bisschen Nobody-mäßig. Ja, da ist ein Typ, der kommt da hin irgendwie, hat mal wieder seine Geliebte oder zumindest mal jemanden, der er mochte, ist gestorben und er gerät irgendwie an die falschen Leute, muss ich dann irgendwie durchkämpfen, weil so, das war eigentlich, was ich erwartet habe. Und dann wird er daraus echt eigentlich so eine total in kleinen Details erzählte zwischenmenschliche Geschichte, so wie du schon so gesagt hast, halt eben dieses Stadt versus Land und wenn da eben mentale, einfach gerade komplett andere Mentalitäten aufeinander prallen. Und ja, das war viel kleinteiliger und herzlicher und persönlicher, als ich dachte halt. Und ja, genau gegen dem, was ich eigentlich erwartet hätte. Und wie wenig zielführend so diese Höflichkeit der Städter teilweise ist. Also wenn man halt irgendwie glaubt, man macht das Richtige oder man beteiligt sich jetzt hier an den neuen Sitten und Kulturen oder an den neuen Gebräuchen, denen man jetzt gerade begegnet ist und muss halt feststellen, okay, es ist alles falsch, was ich sage. Das waren schon ein paar, da waren auch ein paar lustige Szenen. Voll, ja, ja, absolut. Also er hat immer wieder diese kleinen, skurrilen Momente, wo er sich irgendwie blamiert oder so. Das war echt immer gut. Aber eben, er schlägt halt nie über in eine richtige Comedy. Also er hat ja kein richtiges Gag-Writing. Das sind auch eher Situationskomiken und so weiter. Eben weil er sich so teilweise unabsichtlich daneben benimmt. In seiner Wahrnehmung vor allem meistens. Und auch ein bisschen melancholisch, aber eher echt dieses, dieses, ja, ich sag ja, dieses familiäre. Verständigend könnte man eigentlich fast sagen, oder? Er versucht halt ein gewisses Verständnis für beide Seiten aufzubauen. Ja. Und sagt halt zu der einen, ey, werd mal ein bisschen lockerer und du, ja, vielleicht solltest du auch mal ein bisschen überdenken, dass nicht alles... Steck mal deine Waffe weg. Genau. Hol mal deine Waffe raus. Genau. Ja. Willst du dem noch was hinzufügen? Nee, ihr habt das alles schon gesagt. Mich hat er so von der Größe und von der Art des Films an lustigerweise Thunder Road erinnert. Nur, es war auch ein Regie-Debüt, auch von Regisseur und Autor. Der hat auch noch, BJ Nowak hat auch noch zwei, drei Positionen hinter der Kamera gehabt, hat die Hauptrolle gespielt. Das ist, man hat das Gefühl, das ist sein Projekt, dass er zufällig etwas größer aufgezogen hat. Als wir damals aus der PV kamen, wir hatten beide den Eindruck, dass der für alle Rollen eigentlich viel größere Stars im Kopf hatte. Also eine Amanda Seyfried beispielsweise oder noch zwei, drei. Helen Mirren hatte ich beispielsweise in der Mutterfigur da gesehen. Also man hatte so das Gefühl, bei jedem Schauspieler, die meisten kennt man irgendwie nicht groß, hatte er große Stars im Kopf und hat die dann aber natürlich nicht bekommen. Ich hoffe, dann beim nächsten Film kriegt er die dann auch. Da steckt halt einfach ganz, ganz viel drin. Also jeder von uns ist aus dem Kino gekommen und hatte irgendeinen anderen Schwerpunkt, den er im Film gesehen hat. Bei mir war es vor allem Medienkonsum und auch wie suggestiv Medien und Nachrichtenberichterstattung teilweise funktioniert und schon in gewisse Richtungen lenkt. Da ist auch viel Kritik drin an allem, was ihr gerade gesagt habt, aber auch gleichzeitig viel Liebevolles. Also das hier Kritik an beiden Seiten, Stettern und hinter, wie nennt man das? Hillbillies hast du es glaube ich genannt, ne? Ja, also ich meine, Textanen. Ja, genau. Da ist natürlich viel Kritik auch dran, aber trotzdem erlaubt sich halt BJ Nowak immer auch liebevolle Betrachtung. Und das ist so ein, das ist, den hätte man ganz, ganz schnell als wirklich kalten Thriller in Szenien und erzählen können. Und das ist der ja gar nicht. Also der ist ganz, ganz menschlich, obwohl er dann doch auf einer sehr bitteren Note ja endet. Oder ich hatte auch so die ganze Zeit die Befürchtung, er versucht einen auf Cone zu machen. Hatte ich auch zwischendurch, aber war er auch gar nicht. Macht er gar nicht so, ne? Also das kann man nicht unbedingt vergleichen mit den Cones. Ja, weil interessanterweise, obwohl das sehr spleenige Figuren sind, wirken die nie wie eine Karikatur und auch nie mit Absicht übertrieben, die wirken ernsthaft spleenig. Und das finde ich sehr schön. Und halt trotzdem liebenswert. Ja, ja, genau. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist so ein Film, der könnte so über das ganze Jahr irgendwie immer so im Kopf bleiben, weil er so überrascht hat. Also man ist da ja rein und wusste gar nicht, was einen erwartet. Und der hält sich jetzt bei mir schon lange im Kopf, dass ich auch immer wieder über den nachdenke. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das wirklich so übers Jahr zieht und dass man, dass ich am Ende des Jahres sage, war mit einer der besten Filme dieses Jahr. Also ich war echt richtig angetan, weil ich auch spontan nicht wirklich einen Vergleich habe. Und ich finde, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man sich schwer tut zu sagen, ey, guck dir mal den an. Wenn du Film XYZ magst, da muss ich schon mehrmals um die Ecke denken, weil man kann ihn nicht empfehlen, wenn du Coen magst, weil das ist es nicht. Du kannst ihn letzten Endes nicht empfehlen, wenn du sagst, wenn du Thriller magst. Nee, eigentlich auch nicht. Dann erwartest du was anderes. Du kannst ihn nicht empfehlen, wenn du Culture Clash Comedy magst. Es ist es eigentlich auch nicht. Du kannst ihn nicht empfehlen, wenn du eine Mediensatire magst. Es ist es auch nicht. Aber es ist von allem irgendwie so ein bisschen. Und das finde ich sehr schön. Es ist fast so eine Überraschungstüte. Das ist positiv und halt auch ein bisschen negativ, finde ich auch halt, weil es ist halt doch sehr viel. Ja, das stimmt. Also es ist sehr positiv. Der ist auch nicht lang. Der ist ja gar nicht so lang. 10 Minuten knapp, genau. Es ist gut, dass so viel drin ist und auch so viel probiert wird. Aber eben genau das, er hat auch nicht für alles Zeit. Und das merkt man hinten raus dann eben auch, dass nicht allem die gleiche, die gleiche Schwere zugezogen wird. Aber wie gesagt, trotzdem. Und er ist auch nicht unbedingt besonders auffällig inszeniert. Also der spielt sich so sehr. Routiniert. Aber dass der ins Kino kommt, das finde ich eine mutige Entscheidung. Den hätte man auch direkt zu einem Streamingdienst bringen können. Ja, sehe ich auch so. Also wer hätte mich nicht gewundert, wenn der irgendwo im Streamingdienst landet und dann eher ein bisschen in der Versenkung verschwindet. Aber ich finde es auch gut, dass der im Kino kommt. Was mich an dem Film am meisten wundert, ist, dass man in den USA offenbar einen Film auf den Markt bringen kann, der einfach nur Vengeance heißt. Im Jahr 2023. Nachdem schon Nicolas Cage 2018 einen rausgebracht hat. Und Jackie Chan. Und Jackie Chan, stimmt. Alles nicht so ernst mit den Markenrechten da. So, deutlich virtuoser ist dagegen, ja, ich würde sagen, der Spalter der Woche. Also, er wird, glaube ich, nicht hier unbedingt für Spaltung sorgen. Ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass wir nicht noch jemanden hier haben, der den Film deutlich schlechter fand. Aber Babylon hat, glaube ich, bei uns allen dreien schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Beziehungsweise hat uns dann doch auf eben, ja, oder in diesen Rausch der Ekstase ganz gut mitgenommen. Worum geht's? Es geht um eine Menge. Damien Chazelle, der Regisseur von Whiplash, La La Land und First Man, versucht hier so ungefähr, ich glaube, es sind vier Jahrzehnte, Hollywoods nachzubilden, ne? Es fängt in den 20ern an und endet in den 50ern. Und es geht hier unter anderem um drei Figuren. Den Einwanderer Manny, die Landpomeranz, wie heißt sie? Leroy? Ich weiß, ihr Nelly, glaube ich, oder? Nelly Leroy? Klingt nach einem... Also, sie heißt auf jeden Fall Leroy. Ich gehe nochmal. Wie heißt sie denn nochmal? Nanny, genau. Manny und... Nelly und Nelly ist... Es liegt wie Hally und Nanny. Wie hieß die denn noch? Naja. Und es geht um den... Stumm... Stummfilm-Star Jack Conrad. Gespielt von Brad Pitt. Ja, ich muss den Namen... Ich kann sonst den Namen... Da werde ich verrückt, wenn ich das nicht weiß. Nelly. Doch, sie heißt Nelly Leroy. Doch, Nelly, ja. So, zack, wusste ich doch. Nelly und Nelly. Ja, also. Jack Conrad ist ein Stummfilm-Star, der halt sehr besoffen ist die ganze Zeit und sehr viel feiert. Aber auch sehr davon überzeugt ist, dass Kino mehr sein kann, als diese Fließbandware, die er, sag ich mal, tagtäglich produziert. Aber er muss halt irgendwie sich auch eingestehen, dass seine Zeit vielleicht so langsam vorbei ist. Denn, was dieser Film auch schildert, ist nämlich der Übergang vom Stumm zum Tonfilm. Darüber hinaus haben wir Nelly und Nelly. Eine Frau, die sehr davon überzeugt ist, dass sie ein Star ist und das auch wird. Allerdings mit verheerenden Konsequenzen. Und dann haben wir den Einwanderer Diego, glaube ich, Diego heißt der? Nee, Diego heißt der Schauspieler. Manny. Manny. Der halt, ja, davon träumt, im Filmgeschäft irgendwie Fuß zu fassen und bereit ist, jede Scheißarbeit zu machen. Und mit Scheißarbeit meine ich auch wirklich Scheißarbeit. Denn wir sehen direkt zu Beginn, wie er von einem Elefanten zugeschissen wird. Ja? Ja, also wirklich die ersten drei Minuten des Films sehen wir einen riesengroßen Elefantenanus, der seine Ladung sowohl über Manny als aber auch über die Kamera ergießt. Was man vielleicht als Statement verstehen könnte. Ich hab dazu ja eine Beobachtung getätigt. Die hab ich ein paar Leuten erzählt, die meinten alle, hab ich nicht gesehen, aber würde Sinn machen. Ich fänd das mal interessant, was ihr dazu sagt. Weil es ist so, man sieht in der ersten Szene halt einfach ein viel zu kleines Gefährt, um einen Elefanten irgendwo hin zu transportieren, mitten in der Wüste. Dann haben wir einen Anstieg an der Straße und das Auto schafft es einfach nicht, diesen Elefanten da hochzuziehen. Dann sieht man mehrere Leute, unter anderem die Personen, die du gerade genannt hast, die versuchen, das Auto hochzuschieben und dann kommt eben besagte Kackssignal. Kackssignal, ja. Und ich hab das so verstanden, weil man sieht vorher den einen Typen irgendwie so da noch Heu nach vorne werfen und irgendwie so da was rummachen. Ich hab das so verstanden, dass sie das mit Absicht gemacht haben, damit erleichter wird, der Elefant. Und sie ihn dann hochschieben können. Was sagt ihr dazu? Ich würd eher sagen, das Vieh ist scheißnervös gewesen, weil es gesagt hat, jetzt schmiere ich jeden Moment ab auf diesem viel zu kleinen Lastwagen. Das kann ja auch. Kein Aufwand. Ich glaub, so Tier braucht noch keinen Grund zu kacken. Nein, aber wenn das die Intention gewesen wäre, wäre das die erste Szene gewesen, der man direkt weiß, boah, krass, wie engagiert der ist. Dass er das macht, weil er weiß, dann funktioniert's, aber das Opfer, das er bringt, ist, dass er voll geschissen wird. Und irgendwie wäre das eigentlich ein Schild, ist dann dieses furchtbare Bild, gewinnt dadurch viel mehr Bedeutung für den Rest des Films. Und es ist mir egal, ob das die Intention war. Aber ich bleib dabei, weil ich find das irgendwie schön. Sag mal so, die Frage ist im Rewatch zu klären. Ja, die Frage ist im Rewatch zu klären. So früh war ich, glaub ich, noch nicht drin. Aber interessanter Gedankengang auf jeden Fall. Aber ja, ich sag mal, ich glaub nicht, meine Behauptung, ich bin Elefanten-Profi, dass man Elefanten akut dazu bringen kann, jetzt sofort bitte zu defakieren. Und ich würde halt auch sagen, dass das Vieh auf diesem Lastwagen, was ihn wahrscheinlich schon ohnehin nicht so wirklich behakt, dann noch rückwärts rollend den Berg runter. Leicht nervöser Darm. Leicht nervös wird, weshalb ich dann so ein Darm auch mal entleeren könnte. Wie ist das eigentlich bei Tauben? Da müssen wir jetzt auch mal drachen. Ja. Dieser Elefant soll übrigens auf eine Party gebracht werden, mit der dieser Film beginnt. Dort treffen sich all unsere Protagonisten das erste Mal. Und wir erleben ein wirklich rauschendes, aber wirklich sowas von berauschtes Fest. Dieser Film ist in seiner ersten Stunde auf mindestens ebenso viel Koks wie alle Beteiligten, die in diesem Film gezeigt werden. Auf allen Drogen der Welt. Ja, und allen anderen Drogen dieser Welt. Und ja, diese Figuren kommen auf dieser Party zusammen. Und das finde ich halt das mit Coole auch an diesem Film. Diese Party beginnt in den Hollywood Hills. Und jetzt überlegt euch, wo dieser Film endet. Unter Hollywood, so gesehen. Also wirklich in den Katakomben Hollywood. Ja, er arbeitet sich von oben. Er arbeitet sich von oben einmal komplett runter. Greift dabei alles auf, was Hollywood irgendwie auszeichnet. Die Träume, die gebrochenen Herzen, die Tränen, die Illusionen, die Magie, die großen Bilder. Aber auch der Fake. Aber eben halt auch der Fake, der Absturz, das Elend, was hinter der Glitzerfassade ist, ja, das Geld, was damit gemacht wird, die kulturelle Aneignung, das Ausbeuten der Minderheiten, der Sexismus, ja, und halt eben, der Rassismus, der Exzess, durch den Champagnerflaschen in Körperöffnungen gesteckt werden, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und so weiter und so fort. Es ist wirklich drei Stunden lang einmal Hollywood von ganz oben, ganz scheinend, ganz hell und glitzernd bis ganz unten, ganz elend, ganz grausam und abgefuckt. Ja, und Damien Chazelle, wir haben jetzt zweimal Liebeserklärungen oder eben Abgesänge erlebt an das Showbusiness. Wir haben einen Mann erlebt, der ins All reist, weil er auf Erden nicht mehr klarkommt. Und wir haben einen Mann erlebt, der Schlagzeug spielt bis zur absoluten Besinnungslosigkeit. Ich möchte als nächstes einen Horrorfilm von dem sehen. Die letzte Stunde dieses Films. Die hat da schon einige Foreshadowing. Die hat da schon Ansätze gezeigt, wo ich dachte, holla die Waldfee, das ist wirklich unangenehm. Und es ist wirklich einfach, es ist unheimlich. So, es war einfach widerlich, so was dort gezeigt. Und lustigerweise ist all das, was in dem Film vorkommt, ja jetzt nicht neu. Nee. Also man kann viele Assoziationen zu anderen Filmen herstellen, aber so in der Form würde ich nicht spontan irgendwie auch wieder einen Vergleich finden. Also ich hatte, die meiste Connection hatte ich im Kopf irgendwie zu Once Upon a Time in Hollywood, obwohl es ja eine andere Dekade ist. Aber vielleicht auch so ein bisschen wegen Brad Pitt, weil ich finde, den Typ, den er spielt, die sind sich so sehr ähnlich. Und Margot Robbie. Sind ja beide auch drin. Ja stimmt, genau. Und Margot Robbie. Das wäre so die einzige Assoziation, vielleicht noch so ein bisschen aufgrund der Zeit natürlich The Artist, wo es dann auch Thema Stummfilm und so weiter eine Rolle gespielt hat. Aber was ich halt an dem Film toll finde, ist zum einen, ich hatte, du hast gerade Whiplash erwähnt natürlich, ich habe so das Gefühl, Whiplash und der, die sind sich so ähnlich von der Energie. Allein die letzten zehn Minuten, vergleich die letzten zehn Minuten von Whiplash und von Babylon. Ich finde, in Babylon toppt er das Ende von Whiplash noch. Ich saß da am Ende und hatte ein Kloß im Hals, weil ich so überwältigt war. Und dann konnte ich auch nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass der jetzt endet. Aber ich hätte auch nicht gewusst, was er danach noch machen soll. Also von daher. Aber was ich vor allem mag, ist die Struktur. Denn im Grunde erzählt der Film ja verschiedene Episoden. Und jede Episode arbeitet auf eine Eskalation hin. Und dann findet die Eskalation statt. Nächste Episode. Und die Eskalation wird immer schlimmer. Am Anfang geht die Eskalation noch so ein bisschen ins Humoristische. Ja, und dann ist es halt in ein doch positives Ergebnis. Weil so groß wie Eskalation ist, es gibt eine wundervolle Szene, in der man sieht, wie viele Filme gleichzeitig gedreht werden. Zum Beispiel, ja. Und da ist ja am Ende ist ja was da. Da ist ja die Magie da, da ist das Gefühl da. Es hat ja funktioniert. Es war chaotisch und es war ganz schön brenzlig, aber es hat funktioniert. Aber es hat halt dazu geführt, dass da Bilder für die Ewigkeit entstanden sind. Also da ist ja noch ein halbwegs positiver Effekt. Genau, aber dann gibt es irgendwann einen Moment, wo auch am Ende eine Szene fertig ist. Also die haben wirklich Schweiß und Tränen im wahrsten Sinne des Wortes in eine Szene gesteckt. Auch da ist am Ende die Szene im Kasten und dann kommt plötzlich, in diesem Moment kam für mich der Bruch im gesamten Film. Denn auf einmal steht am Ende nicht die fertige Szene, sondern etwas ganz anderes, etwas total niederschmetterndes in diesem Studio. Ja, ja, ja. Und ich finde, ab da kippt der und zeigt halt dann weiterhin immer wieder kleine Eskalationen, aber dann kann man plötzlich irgendwann gar nicht mehr lachen. Und das Ganze endet dann, ich zitiere Tobi Maguire, im Arschloch von Los Angeles. Wirklich. Und ich hatte da schon so Requiem for a Dream Vibes, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Ich dachte, wir treffen da auf eine Figur wieder. Hatte ich befürchtet, dass es da hinausläuft. Hätte ich ein bisschen zu sehr Requiem for a Dream gefunden. Aber das finde ich an dem so spannend und wie gesagt, diese Energie, ich meine, allein die Party, von der ich ja gerade gesprochen habe, diese tausend ewig langen Kamerafahrten. Also ich glaube, da einen One-Shot zu machen, wäre wirklich unmöglich gewesen bei den vielen Statisten und so. Aber er gibt sich alle Mühe, möglichst viele lange Shots hintereinander zu packen. Und man sieht dann zwischendurch immer wieder, es ist ja so perfekt abgestimmt auf die Musik. Also es ist wieder ein sehr, sehr musikalischer Film. Und dann hatte ich so das Gefühl, Whiplash war so die Vorübung, um das Ganze jetzt mal richtig groß mit richtig vielen Menschen aufzuziehen. Und ja, ich war dann doch sehr angetan, auch wenn ich sagen muss, jedes Mal, wenn eine neue Episode anfing, brauchte die immer so ein bisschen. Und irgendwann hatte man aber den Dreh raus und wusste, ich habe zum Beispiel die eine Episode, von der ich gerade sprach, die dann eben auf der bitteren Note und ich habe erraten, dass es darauf hinausläuft. Ja, ein bisschen habe ich auch. Ist aber letzten Endes wurscht. Und am Ende wird man immer damit belohnt, dass am Ende jeder Episode etwas sehr, eine neue Aussage steht, eine neue Facette dieses ganzen Rauschs irgendwie gezeigt wird. Und eine letzte Sache noch, ich liebe es, wenn ganz, ganz spät erst Filmtitel eingeblendet werden. Wir brauchen ja eine Dreiviertelstunde, bis dann endlich Babylon. Das finde ich toll. Ja, vor allem, weil dadurch, also ich habe bewusst auf die Uhr geguckt, weil ich finde halt auch, der Film lässt sich wie Avatar ungefähr in jeweils drei Stunden aufteilen. die erste Stunde ist halt wirklich, und das ist ein Film, über den wir auch noch reden, die erste Stunde ist der Rausch, den habe ich so, der ging für mich, zack. Ja. Also ich gucke auf die Uhr und denke mir, was, es ist eine Stunde schon? Und ich dachte, lange Zeit ist, dass der Film dann nur auf der Party spielt. Ja, ja, ja. Und dann ist er aber halt nicht nur auf der Party, sondern dann ist auch irgendwann die Party vorbei und wir sehen halt auch, was wirklich so abgeht oder was dahinter steckt oder hinter den einzelnen Figuren steckt, die halt auf Stühlen pennen müssen oder im absoluten Dreckhausen wie zum Beispiel Mago Robby und dann kommt die zweite Stunde und die zweite Stunde ist nicht mehr ganz so so energetisch wie die erste, aber voll von diesen tollen irgendwie Anekdoten oder Episoden, wo man halt irgendwie so einen Einblick in deren Arbeit bekommt, wie das Business abläuft und wie dann halt auch so diese ersten Schattenseiten, sag ich mal, während der Arbeit bemerkbar machen. Weil am Anfang, sind wir ehrlich, so ein Job wie Brad Pitt, hockst den ganzen Tag in deinem Zelt, säufst dich randvoll bis zum Anschlag, wirst halt angezogen, geschminkt und gemacht und alles und am Ende musst du nur einmal irgendwo auf den Hügel laufen und musst jemanden küssen und bist dann am Ende der Star. Ich kuss auf ihn, dass du kotzen musst und dann geht's aber auch. Und das ist alles irgendwie cool, aber ja, wie gesagt, dann kommt die zweite Stunde, die nimmt ein bisschen Dampf raus, aber füllt diesen Dampf mit Humor meiner Ansicht nach auf und dann kommt die dritte Stunde und die schleppt sich schon eher so ein bisschen mehr dahin meiner Ansicht nach oder für mein Gefühl nach aber bietet halt eben Abgründe. Ja, und dann kommt die Auserzählung halt und dann kommt die Konklusion all dessen, was wir die ersten zwei Stunden gesehen haben und die führt halt in seiner Vision halt eher in den Abgrund als nach oben wieder und das hat schon funktioniert. Also klar, wenn du halt so einen Film hast wie hier, der dir eine Stunde lang komplett einfach alle Sinne wegballert mit unfassbar Eindrücken, mit geilem Soundtrack, der sehr an La La Land erinnert, weil der auch wieder sehr jazzig ist. In den Kleineren, in den Kleineren, in den langsamer Sachen. Klar, aber wie du gerade sagst, finde ich auch, er fängt es gut auf, weil er dann eben die Charaktere auserzählt, er erzählt denen ihre kleinen Geschichten, allein zum Beispiel diese Story mit Brad Pitt da und dieser Journalisten, dieser Filmjournalisten und sowas. Da sind so geile, kleine Sachen drin und du erfährst immer was Neues, du hast immer auch rückwirkend so, wie denen ihr Leben sich überhaupt entwickelt hat und so. Und du hast so viele Facetten drin, dass es halt trotzdem auf keinen Fall nur ansatzweise langweilig wird. Du hast immer genug zu erzählen, nur das Tempo variiert halt sehr und einfach die Tonalität natürlich im Ganzen. Du hast zwar immer wieder so kleine Anfang bis Mitte, wie du sagst, eher lustige, später dann eher noch skurrile Sachen. Wie du schon sagst, auch richtig, irgendwann vergeht dir das Lachen, absolut, bin ich komplett bei dir. Irgendwann kannst du nicht mehr lachen, aber trotzdem bleibt er immer noch skurril. Und diese komplette Brücke zu bauen über drei Stunden, das ist halt echt Wahnsinn. Das macht er wirklich gut. Also da war ich wirklich beeindruckt, dass er mich da nie verloren hat. In keiner von den Episoden hat er mich wirklich irgendwie verloren. Ähm, nur das, ich glaub, mein größter, mein einziger Kritikpunkt im ganzen Film wäre, glaub ich, letzten Endes, ähm, ist es natürlich auch wieder mit drin, ne klassische Love-Story, die er, die er ja meist hat, äh, eben inzwischen Meini und Nelly, die aber halt in diesem gesamten Opulenzwerk natürlich untergeht. Und in der letzten, ähm, Stunde will er sie dann aber auch so ein bisschen konkludieren und da was noch was draus, noch was draus machen, dass er auch noch mal so ne, auch da noch mal ne Gefühl, Emotionen reinsteckst. Und die kam bei mir nicht ganz an, weil ich dafür zu wenig von den beiden davor auch zusammen gesehen hab. Es gibt zwar immer wieder kleine Begegnungen, aber die sind bei mir echt noch so abgesoffen, sag ich mal, an diesem ganzen anderen großen Erzählwerk, dass ich da nicht so ganz mehr rankam am Ende. Das wär so mein einziger Tipppunkt, den beiden vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit gelassen, dafür, dass es am Ende trotzdem noch mal da ne, ne Bedeutung, äh, reingeworfen wird. Ähm, oder eine Emotion reingeworfen, erzeugt werden soll. Die war bei mir so ein bisschen verfehlt dann. Ja, ich muss auch sagen, der Beziehung bin ich nicht so nah gekommen. Nee, wie er wollte. Zum Beispiel eben, und da wär ich mehr so, ich find halt, der Film ist halt die Antithese, oder das wirklich das komplette Gegenstück zu La La Land. Ja, also du hast ja auch so ne Liebe im Showbiz, wo halt, äh, die Karriere natürlich erst mal vor die Gefühle gestellt wird, und man merkt zu spät, dass man vielleicht einfach doch lieber eher die Gefühle hätte irgendwie als wichtiger betrachten müssen. Und hier ist es halt deutlich verheerender. Mhm. Und wo La La Land sich vor allem um Schönheit und Romantik und so weiter bemüht hat, ja, will dieser Film halt vor allem Schrecken, Schauer, Elend, Drama und halt auch Horror, sag ich mal, in Szene setzen. Ja. Also es gibt wirklich eine Sequenz gegen Ende des Films, äh, die, die Antje schon angesprochen hat, die im Arschloch von Los Angeles spielt. Ähm, also wirklich, deswegen will ich einen Horrorfilm von denen sehen. Der Film wird ja jetzt aber nun allgemein schon eher in die Kritik genommen, beziehungsweise kam nicht so gut weg. Der hat jetzt, äh, bislang irgendwie 14 Millionen Dollar weltweit eingespielt bei 100 Millionen Dollar Produktionskosten. Er gilt allgemein als Flop, beziehungsweise hab ich einen Artikel gelesen, wo er halt schon als, als das Ende des Mitbudgets-Blockbuster, ähm, auserkoren oder festgemacht wird, so. Und ich glaube, was halt dem Film dann, ah, neben dieser Emotionalität, die vielleicht im ganzen Rausch und in der ganzen Ekstase und in dem ganzen Elend irgendwie untergehen kann, dass die so ein bisschen das Problem ist, wie halt auch die Tatsache. Und da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Es ist ja nicht neu, was der da erzählt. Wie viele, wie viele Star-is-Born-Geschichten hatten wir schon, ja? Wie viele alterne Hollywood-Stars, die mit ihrer Karriere darben, hatten wir schon. Im Film selbst wird einmal Gloria Swanson angerufen, was eine direkte Referenz auf, äh, Sunset Boulevard, beziehungsweise Boulevard der Dämmerung ist, ja? Brad Pitt spielt ja so gesehen eine Variation von seinem Cliff Booth. Der spielt ja halt nur einen Schauspieler, der es halt mal geschafft hat, im Gegensatz zu Cliff Booth in Once Upon a Time und Dings, aber der jetzt auch realisieren muss, I had my share. Ja? Ich hatte meine Zeit und jetzt ist es vorbei und irgendwie muss ich damit klarkommen. Und diese Figur weiß halt nicht, wie sie damit klarkommt. Ein Cliff Booth wusste zum Beispiel besser, wie er damit irgendwie zurechtkommen muss und diese Figur hier, dieser Conrad, der weiß es eben nicht. Nee, weil er eben oben war und das nicht anders nicht vorstellen kann mehr. Und für mich sind halt zwei Sachen noch mit drin, was halt den Erfolg, also ein bisschen auch die Kritiken angeht. Der Film kommt halt vor allem in den USA auch deutlich schlechter weg als bei uns, deutlich schlechter. Da hab ich immer das Gefühl, die mögen halt nicht, wenn man Hollywood so dekonstruiert, hab ich immer, ist immer so. Also guck dir die ganzen Filme an, die Hollywood dekonstruieren, die haben da keinen Bock drauf. Die werden immer abgewatscht. Der Film kriegt dort, kannst du wirklich dir angucken im Vergleich die deutlich schlechteren Kritiken. Und was die Zuschauer angeht per se, ich kann auch nur aus Erfahrung sprechen. Ich kenn halt Leute, die auch zum Beispiel Once Upon a Time Hollywood richtig scheiße fanden, so richtig scheiße. Und das ist nicht, weil sie Tarantino doof sind, sie fanden das Thema scheiße. Weil sie halt einfach sind keine Film-Nerds. Und das Thema ist halt dann doch irgendwie ein Film-Nerd-Thema. Du musst halt Bock haben, dir dieses Hollywood-Ding anzugucken. Und du einfach sagst, ich guck halt Filme, was dahinter passiert, ist mir scheißegal. Dann ist das auch alles nicht so mega spannend. So, wenn wir dann halt sehen und sehen, was dahinter der Kamera und hier und da und da passiert, ist das irgendwie was anderes. Und ich glaube halt, dass viele Leute einfach auch diese ganze Hollywood-Thematik per se gar nicht so krass interessiert. Ja, und vor allem könnte ich mir auch vorstellen, in Zeiten, in denen jetzt doch altverdiente Veteranen noch und nöcher noch mal so ein bisschen das eigene Lebenswerk-Revue passieren lassen. Wir haben es jetzt gerade die Woche noch erlebt. Oder halt noch mal die Altmeister hochkommen und noch einmal das machen, wofür sie eigentlich bekannt sind, wie so ein David Cronenberg oder sonst was. Da kommt jetzt ein, wie alt ist der? 38? Da kommt jetzt ein 38er ja daher, der ja nicht nur Hollywood verklären möchte, sondern halt auch Hollywood dekonstruieren will. Ja, und dann halt irgendwie halt auch zeigt, wie es war oder beziehungsweise beginnt bei einer Zeit, wo Filme noch ja deutlich spontaner waren, deutlich unstromlinienförmiger, deutlich impulsiver, was wir ja halt anhand des Anfangs des Films sehen und der dir dann am Ende aber vor Augen hält, so okay, wie es langsam immer formatierter wurde, wie immer mehr Business ins Spiel gekommen ist, wie auf öffentliche Meinung, öffentliche Wahrnehmung, öffentliches Ansehen geachtet worden ist, wie Stars vom Studio geformt worden sind, um eben Investoren anlocken zu können. Um reinzupassen. Um reinzupassen, so ne. Und dann hält dir derjenige, der das halt zeigt und sagt, es war nicht nur alles geil, sondern es war halt auch schon irgendwie verwerflich oder fragwürdig oder kritikwürdig, dann zeigt der dir am Ende, wo wir jetzt inzwischen gelandet sind. Also wo wir mal waren und wo wir jetzt am Ende sind, so. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein paar Leute, gerade aus der Branche, sagen, nee, mein junger Freund, du nicht. Du erzählst mir hier nichts von der Scheinheiligkeit, die ich hier schon seit Jahren irgendwie selbst lebe, so. Das weiß ich selbst, das brauche ich nicht von dir. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Nach dem Film hat ein Kollege von uns gemeint oder gefragt, uns gefragt, ob wir das nicht alles irgendwie ein bisschen hochnäsig finden, was dort gezeigt wird. Könnt ihr das nachvollziehen, den Eindruck? Von der Betrachtungsweise schon, aber Damien Chazelle ist ja jetzt kein Unbekannter. Der hat auch schon davon profitiert, dass er Teil dieser Hollywood-Maschinerie ist. Deshalb finde ich, hochnäsig würde es eher treffen, wenn da halt einfach einer komplett aus dem Nichts käme und sagt so, ich erzähl euch jetzt mal hier, keine Ahnung, hab ich auch alles selbst finanziert, ich hab nie zur Hollywood-Maschinerie gehört, die Stars sind alle unbekannt und jetzt erzähl ich euch mal, wie das ist, aber Damien Chazelle schließt sich da ja selber mit ein und ich finde auch, können wir spoilern? Machen wir einen Spoiler. Ich würde nämlich gerne auf das Ende eingehen. Machen wir einen Spoiler. Das ist jetzt gar nicht so handlungsrelevant, aber der Film endet halt mit einer 5- bis 7-minütigen Sequenz, in der man einmal im Zeitraffer die komplette Filmgeschichte abarbeitet, da kommen also Ausschnitt aus Avatar beispielsweise vor und das ist natürlich auf der einen Seite wieder die Rückbesinnung auf diesen Rausch von Anfang an, aber ich hab das auch als bittersüß empfunden. So nach dem Motto, ja, das sind alles tolle Werke, die dabei entstanden sind, aber wer weiß, was dafür alles passieren musste, wer weiß, was an diesen Sets vor sich gegangen ist und es hat auch einen Grund, warum eine der Figuren hier sehr krass aussieht, wie Harvey Weinstein und all diese Probleme, die man damals natürlich in ganz anderer Form hatte, weil es gab wahrscheinlich, gab's schon Schauspieler und irgendwie Gewerkschaften und so ein Kram, aber da wurde wahrscheinlich, man hat ja gesehen, wie es da an den Sets zugegangen ist. Und es wurde ja auch noch deutlich mehr totgeschwiegen. Ja, ja, genau. Und das hatte man damals alles in sehr krasser Form und man hat aber, die Filmindustrie existiert immer noch und wer weiß, was da heutzutage einfach alles, wie du grad sagst, einfach alles besser totgeschwiegen wird und deshalb, wie gesagt, Damien Chazelle ist selber Teil des Ganzen und daher würde ich es nicht als hochnäsig bezeichnen. Ich saß auch zwischendurch da und hab mir gedacht, hast du jetzt hier eigentlich schon so deinen eigenen Abschiedsbrief irgendwie abgeliefert? Also, weißt du, gerade an der Hand der Figur von Brad Pitt, you had your run oder you had your time so, ne, und du konntest es genießen und keine Ahnung, das wirkte für mich so manchmal, als wollte, als hätte schon ... Ja, so als würde Chazelle ahnen, okay, mit dem Ding hab ich mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. Die sagen ja auch immer, haben in vielen Interviews gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass wir damit durchkommen. Also, von Chazelle über die Schauspieler und Schauspielerinnen, die alle sagen, wir machen da was, von dem wir nicht gedacht hätten, dass das Studio, das ist ja Paramount, das ist ja ein großes Studio, dass die das durchwinken. Hätte ich auch nicht, dass der so in die ... Ich weiß nicht, ist der geschnitten in den USA? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein R-Rating dafür ist, wenn ich sogar höre, weil man sieht ja schon sehr viele Genitalien beziehungsweise sehr viele nackte Körper, manchmal mit ein paar vielen Tattoos für 1932 oder Silikonbrüsten für 1932. Aber ey, okay. Du warst nicht dabei. Das sind Kleinigkeiten, die kann ich hinwegsehen. Bei Avatar 2 sind Wadetätowierer, also bitte. Aber ja, da war ich auch erstaunt, wie freizügig dieser Film zum Teil ist. Ich war aber auch erstaunt über ... Ja, einzelne Leistungen an sich, also Margot Robbie ist für mich ... Dafür können wir den Spoiler-Dings wieder wegmachen. Ja, wir können den Spoiler wegmachen. Macht er mir ... Ah, ja. Also ja, ähm ... Also zum Hochnäsig nur noch mal gerade, ähm, geb ich dir alles komplett recht. Plus, würd ich noch sagen, ähm, Hochnäsig würd ich den Film finden, wenn er eben nicht die negativen Seiten zeigen würde. Ja, genau. Wenn er das so glorifizieren würde, dann würd ich auch sagen, ach, guck mal hier, unsere geile Hollywood-Welt. Da würd ich auch von Hochnäsig reden. Deswegen seh ich auch nicht so, nee. Und dahingehend erinnert er mich sogar ein bisschen an Last Night in Soho. Weil er der ja auch am Anfang dich mitnehmen will in eine Zeit ... Der die erst ... Und er zeigt, wie geil das ist. Genau, und dann der plötzlich den Boden unter den Füßen wegreißt. Also da ist auch noch, find ich, so eine gewisse Parallele. Auch wenn, ähm, ich bei Babylon, obwohl die Szene ja viel, viel länger ist, ähm ... Ich glaub, hätte der Film drei Stunden gedauert, hätt ich am Ende gedacht, aber hätt ich auch gern mitgefeiert. Eine Stunde war noch ein Tick zu wenig, um die Schattenseiten, die sich so ankündigen, äh, ausblenden zu können. Aber wie gesagt, Last Night in Soho ist da, glaub ich, auch noch mal ein ganz guter Link. Also, wie gesagt, was Chazelle meiner Ansicht nach hier macht, ist nicht neu. Also er erzählt halt einfach über die, über den Widerspruch Hollywood so. Ja. Und versucht den halt in allen Facetten irgendwie abzubilden. Dabei bleiben meiner Ansicht nach ein bisschen so die Emotionen auf der Strecke. Aber auf der anderen Seite Margot Robbie, Brad Pitt, auch hier der junge Mann Diego Calva und noch so viele andere Leute spielen sich da aber halt echt ... Die Performances sind wahnsinnig. Die Performances sind super. Ja. Äh, ob man davon emotional berührt wird, würd ich jetzt halt bezweifeln, weil der Film halt aber auch eben so viel ist und so durchrauscht und immer wieder was Neues irgendwie aufmacht, ähm, dass da, glaub ich, gar nicht so viel Zeit bleibt, um sich emotional so zu investieren. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich versteh auch nicht diese, diese harte Kritik teilweise aus Amerika, denn ich hatte sehr viel Spaß, ist vielleicht nicht, aber sehr viel Faszination mit diesem Film. Also ich bin wirklich allein für diese erste Stunde war es ein Rausch. Mhm. Ja, und meiner Ansicht nach das, was Buzz Lerman mit seinem gesamten Elvis-Film erreichen wollte, aber es da nicht mal eine halbe Stunde geschafft hat. Ich war sehr amüsiert, dass man aus den USA immer gehört hat, ja, voll der Spalter, entweder man liebt oder man hasst ihn. Ich komm aus dem Kinosaal nach der PV. Alle, die ich getroffen hab, waren in der Mitte. Dann hab ich erst mit euch gesprochen. Wo ich dachte, okay, also so krass spalten kann er ja nicht. Wenn die ersten Reaktionen um mich herum sind, die über, wow, okay. Geht ja offenbar doch. Ja, also, und selbst wenn ich den jetzt nicht etwas mehr als gut finden würde, ja, und ich find den halt wirklich gut, ähm, fänd ich den immer noch gut bis vollkommen anständig, weil der, vom Aufwand her, die Inszenierung, der Schnitt, die Musik, das ist alles topnotch. Der Typ ist 38, verdammt. Ja, das ist ein Arschloch. Ja, wirklich, ey. Da kann ich das Hochnäsige echt noch sagen so, du Wichser, Alter. Ich, naja, warum bist du so ein Genie? Wo würdet ihr den bei, in seiner Vita einordnen, was ihr, von eurem Geschmack her? Ja, es sind ja bisher nur vier Filme, die er gemacht hat. Ja, ich, oh. La La Land bleibt top bei mir. Ich lieb den einfach. Und, ja, dann vielleicht doch schon fast zwei. Also ich würde den auf eins mit Whiplash packen, glaub ich, momentan. Und La La Land und First Man auf zwei. Ich glaub, bei mir, ja, irgendwie kann man keine vier, also ich sag ganz ehrlich, First Man wär bei mir ganz hinten. Bei mir auch. Aber auch jetzt nicht mit großem Abstand, sondern einfach nur ganz hinten. Und dann ist es echt tagesvorabhängig, glaub ich, Whiplash ist bei mir ganz oben und La La Land und Babylon. Ich mein, unterschiedlicher können Filme nicht sein. Ja, wie gesagt, es ist, es ist, meiner Ansicht, eine Medaille. Ja, und zwei Filme. Aber man muss ja sagen, bei Chazelle zieht sich ja generell ein Thema, nämlich, ja, Karriere über alles, was irgendwie, also pack deine ganzen Emotionen, dein ganzes Dasein in die Karriere und daraufhin fällt alles andere hinten über. Das haben wir bisher in all seinen Filmen gehabt. Und das ist mit Sicherheit autobiografisch mit 38. Könnte ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir auch vorstellen. Du musst wahrscheinlich so ein richtiger Einsiedler sein. Sonst hättest du wahrscheinlich nicht schon dein halbes Lebenswerk irgendwie in so jungen Jahren. abgefilmt, ja. Also Babylon, ey, von unserer Seite, ich weiß, Steven mochte den zum Beispiel nicht. Anne fand den auch deutlich zu lang. Dominik fand den wirklich gut. Der war bei uns, genau. Der fand den wirklich gut. Also, ich kann mir vorstellen, dass hier der ein oder andere Kollege von uns auch nochmal ebenfalls eben sehr viel härter mit den Kritikpunkten, die wir hier auch hier genannt haben, ins Gericht gehen wird, als wir es getan haben. Ich kann's nicht. Ich kann's wirklich nicht. Ich saß in diesem Film und war am Ende doch überrascht, dass ich jetzt hier 192 Minuten im Kino gesessen habe. Und es ist halt vor allem auch wieder ein Film, der gehört auch wieder auf die Leinwand. Ja. Also, ich bin froh, ich den im Kino gesehen habe. Ja, das kommt wahrscheinlich auch hinzu. Wenn das so ein Streaming-Ding wäre ... dafür sind die Bilder wirklich zu opulent. Die muss zu groß sein. Und dann wäre das Ende auch fast, so doof das klingt, das Ende würde gar nicht mehr funktionieren. Nee, eigentlich nicht. Also, worüber ich im Spoiler-Part gesprochen habe. Ach so, ja, ja, ja. Du kannst dieses Ende nicht zu Hause gucken. Und ich find's schön, dass dieses Ende es dennoch schafft, zu sagen, es ist der Platz der Tränen und der Schmerzen. Weißt du, also du hast ... Nein, im Grunde der Tränen, aber vor Freude und vor Trauer. Vor Trauer. Ja, ja, also es vereint alles in einem. So. Es ist nicht nur der Ort der Magie, der Illusion, sondern wenn du die richtige Geschichte kennst, ist es halt auch ein Ort der Trauer oder des Bedauerns oder der Reue. So. Ja, und das find ich eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Mag sein, dass es intelligenter geht. Ja, und es ist auch kein subtiler Film. Das ist auch nicht so. Nein, null. Aber trotzdem, ey, in der Art und Weise und mit dem auch, mit den coolen, weil das sind tatsächlich auch alles Mögliche, also das sind reale Figuren, die hier zum Vorbild genommen wurden. Sowohl Brad Pitt als auch Nellie Leroy, also als auch Margot Robbie, da gibt's ja den, es gibt wirkliche Darsteller, die ähnliche Schicksale oder auf die er sich hier bezieht. die ähnliche Schicksale erlitten haben. Also dementsprechend, falls ihr sie wissen wollt, ich hab sie hier irgendwo stehen, aber. Ja, es gibt ja auch die Bezug, eine recht wichtige Bezugnahme ist ja dann auch Singing in the Rain, also da wird ja auch ein richtiger Film dann noch herangezogen. Und nach La La Land glaube ich wieder ein Thema, ne? Also, ja. Also Babylon, von unserer Seite aus ist es eine Empfehlung, gerade im Kino. Ansonsten guckt euch gerne nochmal ein paar andere kritische Stimmen vielleicht an und im Endeffekt, glaube ich, liegt die Wahrheit wie immer so gerne dazwischen. Und man kann sich da entweder drin verlieren oder man kann sagen, jo, war nicht so meins. Gut. Haben wir noch ein paar Streaming-Tipps? Ja, haben wir noch. Kürzen wir ab, was wir abkürzen können. Auf Amazon Prime ist gerade noch so finster die Nacht erschienen. Für mich absolut eine Empfehlung. Ein Junge verliebt sich in ein Vampirmädchen und gemeinsam versuchen sie ihm zu helfen. Sollte man unbedingt ansehen, es gibt ein amerikanisches Remake mit Chloe Grayson Reds und dem jungen Cody Smith-McPhee, heißt der, glaube ich, der auch gut ist, vom Batman-Regisseur Matt Reeves, aber der meiner Ansicht nach nicht die schöne, schroffe Kälte erreicht, die dieser Film erzielt und dann aber gleichzeitig noch so herzlich ist. Tides ist ein Science-Fiction-Film aus Deutschland, hatten wir hier auch schon in den Kinostarts mal besprochen, geht um eine, ja, Raummission, eine kleine Weltraumkapsel, landet auf der Erde, die halt vor Jahren, Jahrtausenden, Jahrhunderten ökologisch verwüstet worden ist. Man hat sich auf einen anderen Planeten geflüchtet und jetzt versucht man, wie bei Wally zurückzukommen und zu checken, kann man jetzt hier wieder wohnen? Und man entdeckt, also die Astronautin, die halt losgeschickt wird, entdeckt dabei einen urzeitlichen Stamm, der sich da so seine eigene Zivilisation schon errichtet hat, die aber halt auch ihre eigenen Probleme haben und daran beteiligt sind. Ist der als Tides of Sky? Weil der hat ja auch einen deutschen Titel. Ja? Ja. Komm auch nicht drauf, wie der hieß. Also ich hab jetzt nur als Tides, also unter Tides hab ich ihn jetzt bei Sky gefunden. Dann jetzt zum Teil noch im Kino, hier auch schon vor kurzem gerade frisch besprochen, aber jetzt auch schon parallel auf Disney Plus, The Menu von Marc Meilert über ein, ja, exklusives Top-Notch-Restaurant auf einer Insel, das ein paar Gäste empfängt, die merken müssen, okay, das ist hier nicht einfach nur Essen, was wir hier vorgesetzt bekommen, sondern es ist eine ziemlich fiese Geschichte, die sich da Ralph Fiennes als Chefkoch ausgedacht hat. Antti fand ihn sehr, sehr gut, ich fand ihn in Ordnung und, ja, auf jeden Fall kann man sich mal jetzt endlich angucken. Dann gibt es noch auf Netflix, ist gerade frisch hochgeladen worden, Teddit. Falls man jetzt mal vor und zurück spulen möchte, um zu verstehen, worum es eigentlich geht, habt ihr hier die beste Gelegenheit zu. Ich mag den Film nach wie vor, weil er halt auch geil gemacht ist, aber ich verstehe natürlich all die Probleme, die so viele Leute mit diesem Film haben, beziehungsweise die dieser Film hat und die den Zugang zu diesem Film erschweren. Aber trotzdem... Es gibt keinen Film, den ich nur, damit ich ihn endlich durchdringe, häufiger nämlich viermal im Kino gesehen habe. Ja, und wenn es ein bisschen anspruchsloser sein darf, dann würde ich noch auf Prime Video Avengement Blutiger Freigang empfehlen. Verstehen. Ja, Problem halt, ne, ist geschnitten. Ist geschnitten? Ja, ja. Oh. Die Deutsche ist ja indiziert worden, glaube ich sogar. Es tut mir sehr leid, liebe Freunde. Der ist geschnitten, da fehlt Gewalt. Nicht ganz so Blutiger Freigang. Nicht ganz so Blutiger Freigang. Ja, hier geht's und mein junger Mann, der wurde in ein Verbrechen verwickelt, wurde dafür inhaftiert, wurde im Knast zum absoluten Monster und zum Zahnprothesenkönig. Ja, und hat jetzt halt Freigang, also wegen dann doch irgendwie guter Führung oder weil er überführt werden soll oder keine Ahnung, hat er Freigang und er schafft es, seinen Aufpassern zu entkommen, denn er möchte zurück in seine Stammkneipe und all denen aufs Maul zu hauen, die dafür verantwortlich sind, dass er im Knast gelandet ist. Ja, wenn man Prime hat und ihn mal gucken mitnehmen will, dann einfach mitnehmen, aber muss man wissen, fehlen leider einige Gewalt. Ist Jesse V. Johnson, ne, glaube ich, und ist meiner Ansicht nach die beste Kooperation von Scott Adkins und Jesse V. Johnson, die sie bislang hervorgebracht haben. Geh ich mit, ja. Ja, also ich mag den richtig gerne. Schade, dass er geschnitten ist, das wusste ich nicht. Also dementsprechend, ja, vielleicht habt ihr ja, holt ihr euch hiermit ein bisschen Appetit und wenn ihr feststellt, nee, das ist mir zu sehr geschnitten, dann macht man sich ein bisschen nach der Umstände. Das muss man sich organisieren, genau. Ja, und dann ist jetzt auf Sky erhältlich ab morgen Elvis. Ein Film, über den wir hier noch nicht wirklich gesprochen haben, weil ich ihn habe bislang noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, es gab auch nie die Gelegenheit, großartig. Nee, irgendwie nicht. Und ja, ist von Buzz Lerman, dem Regisseur von Romeo und Julia, Moulin Rouge oder auch Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Nicht der mit Robert Redford. Und ja, hier erzählt er noch einmal die Geschichte vom King of Rock nach. Und ja, rast da ziemlich schnell durch. Ich hab dir den gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Ja. Ich hab ihn mir jetzt angeguckt, ich bin nicht der größte Buzz Lerman Film. Ich auch nicht. Aber, und ich sag's gleich. Du bist nicht der größte Buzz Lerman Film? Äh, Fan. Sehr gut. Ich wär schön, wenn ich ein Buzz Lerman Film wäre. Und musikalisch. Das bin ich alles nicht. Aber gut, muss ich mit leben. Nee, aber ich muss sagen, es ist die bis dato, glaub ich, beste Arbeit von Buzz Lerman. Für mich. Ich mag den Film deutlich mehr als die bisherigen Filme, die ich von ihm gesehen habe oder abgebrochen habe. Moulin Rouge hab ich nicht ausgehalten. Ich auch nicht. Ähm, deswegen, ja, war ich doch überrascht, wie gut mir dieser Film eigentlich gefallen hat. Obwohl dieser Film wirklich auch schon teilweise voller die Waldfee. Also, was der macht, fand ich, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen fremdschämig so, weil, ähm, ich nicht ganz verstanden habe, was es zur Geschichte wirklich beiträgt. Es gibt da irgendwie einen Tom Hanks in einer, auch eher, gewöhnungsbedürftigen Maske, der dann irgendwie im Krankenhaus Nachthemd, äh, mit Tropf am Arm durch irgendeinen Casino rennt. Das ist alles irgendwie verschwommen und abgesetzt und so weiter. Und es wirkt, es wirkt nicht so, wie dieser Pomp und Kitsch, den er so oft gerne mal gemacht hat oder präsentiert, wie zum Beispiel bei The Great Gatsby. Da fand ich das ja alles von diesem Kitsch und von diesem Überbordenden, fand ich das alles relativ stimmig. Aber hier, muss ich sagen, das geht teilweise echt weit auseinander, von wegen, das ist eine coole Montage mit irgendwelchen Comicsequenzen oder, oder irgendwelchen Comic-Schriftarten, die irgendwie ins Bild wirbeln und so. Das ist dann ja cool. Aber, gerade so der Anfang Tom Hanks in diesem Nachthemd so, das wirkte alles so, weiß ich nicht, haben wir nicht richtig fertig gekriegt. Aber ist er wieder hyperaktiv geschnitten so in seiner ... Geht eigentlich. Also ich muss auch sagen, geht. Der kommt ja auch zwischendurch immer durch die Hanks-Ebene, kommt er ja immer wieder zur Ruhe auch. Ja, also dafür, dass ich gehört habe, dass dieser Film so anstrengend sein soll und so anstrengend geschnitten soll und auch so durchpeitscht, muss ich sagen, hat sich dieser Eindruck für mich ungefähr so knapp 37 Minuten aufrechterhalten und danach geht es eigentlich relativ in, ja, und das fand ich überraschend, in so bereits vertraute Biopic-Ebenen und Bereiche. Also das, was du zum Beispiel letztens mal bei, wo war das? Ich glaube bei She Sad oder so gesagt hast, so diese typische Szene, du hast ja überhaupt keine Zeit mehr mit deinen Kindern, du bist nie da, du bist nur abwesend, du bist irgendwie nur auf Reisen und keine Ahnung, wir haben noch nicht mal mehr Sex miteinander. Die She Sad übrigens nicht hat, falls die Leute das nicht gesehen haben. Genau, was sehr gut ist. Solche Standard-Szenen, würde ich jetzt das einfach mal bezeichnen, die kommen halt in Elvis vor. Ja, okay. Und ich muss sagen, ich fand's ein bisschen zu sehr gestrafft. Ja, also da werden Karriereabschnitte wirklich einfach nur aus dem Off raus erzählt und das fand ich dann doch ein bisschen wenig dafür, dass ich dann halt am Ende auch nicht so sehr den Absturz irgendwie mitbekommen habe von Elvis und auch Austin Butler heißt er, ne? Hat Golden Globe gewonnen. Ja, ähm, ja, Wer war noch nominiert? Hab mich auch gerade gefragt. Wahrscheinlich irgendeiner von Banshees. Ja, Banshees. Colin Farrell. Ja, aber der hat ja eingekriegt. Der hat ja eingekriegt. Er wird ja geteilt in Comedy und Ralph Fiennes war nominiert für Comedy. Ja, okay. Also, ich sag mal so, die Performance von Austin Butler fand ich gut. Der hat auch wirklich so die Gestik und Mimik von Elvis Presley hat er echt sich sehr, sehr schön angeeignet so. Also wirklich, das war schon teilweise, wenn er dann auch, sag ich mal, aus der Distanz gefilmt worden ist, den Kopf so runter macht und nur so hoch guckt irgendwie, die Tolle hängt so ins Gesicht und er fängt halt so ein bisschen an zu wackeln. Das war Elvis. Also wirklich, das sind so diese Bilder von Elvis, die ich mit ihm assoziiere. Hin und wieder erinnert mich aber doch dann eher an Taylor Kitsch mit ein bisschen mehr Make-up drauf, so. Also, es war so ein bisschen ein bisschen irritierend manchmal, so ein bisschen unkenny, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz legt der Mann sich echt sehr ins Zeug. Ja, aber ich hab jetzt Bock mir nochmal mehrere andere Sachen zu Elvis anzuschauen, weil ich finde, der Film hat mir das alles nicht unbedingt gegeben. Ja, und ich fand den, wirklich, ich hab mir den jetzt problemlos anschauen können, ich fand den halbwegs unterhaltsam, wirklich gelungen find ich ihn nicht. Wirklich gelungen find ich ihn nicht. und ich find halt auch, ja, ey, wir reden über Michael Bay, wir reden über Martin Scorsese, wir reden über Wes Anderson, wir können auch über Buzz Lerman reden, weil der hat sich auch seine Stilistik und seine Mechanik und seine Stilmittel erarbeitet, aber bei ihm ist das so, also er ist so einer, wo sich das für mich schneller abgenutzt hat und wirklich immer dasselbe ist, so wie bei Terrence Malick. Ja. Ja, dass das nicht mehr so an mich rangeht. Irgendwo ein Kartino, so ein Schmerzstich. So ein Stich bekommen. Ja, nee, okay, ich hab halt, glaube ich, Anfang letzten, oder war es 21, nicht, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres nochmal Roman Julia geguckt. Das ist so ein scheiß anstrengender Film, Alter. Ja, und er ist dabei, und ich muss auch sagen, ich fand, er hat sich, er hat sich ein bisschen gezogen hier, Elvis, in zweieinhalb Stunden und dafür, dass das halt immer so Vollpower-Performance ist, sowohl von der Inszenierung her, als auch von den Darstellern. Und Tom Hanks, ja, da werden sich, glaube ich, die Geister dran scheiden. Also, den akzeptierst du entweder als eben eine Figur, die da im Film, ich weiß nicht, irgendwas gerade biegen soll, weil ich hab jetzt bei Wikipedia gesehen, dass der Colonel Parker, also dieser Manager, der ihn da jahrelang betreut hat, dass der sowohl von Priscilla als auch von noch anderen Leuten als gar nicht so schlimm dargestellt wurde, wie er eben halt in diversen Biografien und Überlieferungen und sonst irgendwie dargestellt wurde. Ja, okay. Ja, und dass der Typ spielsüchtig war und Elvis da in diese Hotelkette oder in dieses Hotel verscherbelt hat, eben aufgrund seiner Spielsucht, das lässt der Film auch nicht aus. So, aber Tom Hanks sagt am Anfang, ja, ich soll hier der Bösewicht sein, aber ich bin gar nicht der Bösewicht. Und letztendlich, weiß ich nicht, hast du ihn? Nee, ich hab das als zweigeteilte Erzählung der Elvis-Karriere aufgefasst, einmal aus der Perspektive der, also aus der kreativen und einmal aus der wirtschaftlichen und, ähm, so hab ich's aufgefasst. Ja, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob da wirklich so eine Rehabilitation für eben diesen Colonel Parker stattfindet, ähm, vielleicht aber auch für den einen oder anderen schon. Ich denk mal, der räumt da mit ein paar Klischees oder, oder Geschichten auf. Bleibt am Ende trotzdem jemand, der den Mann halt bis zum Anschlag ausgepresst hat, ne, also. Und der auch, das sagt der Film zumindest, ähm, nachgewiesen Steuerverfehlungen geleistet hat. Mhm. So, also der soll halt wirklich da, wie sagt man so schön, Schindblude betrieben haben. Mit eben den, mit dem Wirtschaftszweig von Elvis Presley. Ja, okay. Ja, so, das sind unsere Streaming-Tipps und wir haben noch ein paar Mediatheken-Tipps, unter anderem der Glöckner von Notre-Dame zum Tode von Gina Lollobrigida ist jetzt in der Dreiseit-Mediathek erhältlich. Ähm, ich hab mich mal bei Pluto-TV geguckt, das hatten wir bislang noch nie so wirklich, das ist kostenlos und wir haben eine On-Demand-Sektion. Und in dieser On-Demand-Sektion kriegt man unter anderem Hot Rod mit Vollgas durch die Holle. Andy Samberg versucht einen Mofa-Stunt, an dem selbst Evil Knievel gescheitert ist, um irgendjemandem was zu finanzieren, wenn ich's richtig in Erinnerung habe. Der ist sehr lustig. Der ist ganz witzig. Nicht lustig, kann man sich angucken. Und dann ein Lieblingsfilm von Eddie und Andi, Glengarry Glen Ross über ein paar, ja, was sind sie, Verkäufer, die halt in so einem Verkaufsbüro arbeiten und sich halt auch gegenseitig das Leben schwer machen, weil jeder will natürlich die besten Kunden an Land ziehen. Ähm, der ist da jetzt auch erhältlich. Tolles Schauspielkino, basiert auf einem Theaterstück mit Adam Baldwin, mit einem ganz, äh, Alec Baldwin in einem ganz berühmten, denkwürdigen Auftritt, aber halt auch mit Al Pacino, mit, äh, Ed Harris, mit Jack Lemmon in einer ganz tollen Rolle. Also, falls du den noch nicht gesehen hast, äh, wirklich sehenswert. Und dann hab ich mir in meiner Tele5-Mediathek noch einen Film rausgeholt, den bezeichne ich so ein bisschen als Guilty Pleasure. Er heißt Basic. Kennt ihr den? Mhm. Von John McTiernan. Da geht's darum, dass eine, hab ich, hab ich schon im Fernsehen gesehen. Dass ein Einsatz, ein militärischer Einsatz, angeführt von Samuel L. Jackson, äh, ist ziemlich schief gegangen, die sind in Unwetter geraten und danach gab's Tote und zwei Leute haben überlebt. Giovanni Ribisi, glaub ich, und noch einer. Und die müssen jetzt, ähm, unter anderem John Travolta als Ermittler, als US-Ranger-Ermittler und einer, einer anderen Dame, müssen die jetzt halt die Geschichte erzählen, was da halt passiert ist. Und die versuchen halt rauszufinden, was passiert ist. Und das hat so ein bisschen Akira Kurosawa, Rashomon-Züge, weil man halt mit jeder Geschichte, die erzählt wird, immer so ein bisschen, bisschen mehr erfährt. Bisschen mehr erfährt. Er hat aber auch eine andere Perspektive. Der wird zum Ende hin ein bisschen dümmer, als er am Anfang eigentlich ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich hab einen Softspot für den, ich guck mir den gerne an. Deswegen ist... Lenz dich mir nochmal rein, glaub ich. Vielleicht ist er ja für den einen oder anderen interessant. Besser als Achtblickwinkel. Mhh, ja, würd ich jetzt sagen. Aber auch nicht allzu viel. Okay. Also erwarte nicht deutlich mehr. Aber, hey, Samuel L. Jackson, John Travolta, das war damals so noch die Zeit, wo sie beide noch irgendwie sich alles erlauben konnten. Also dementsprechend, ja, mag ich. Ohne Tropf. Ohne Tropf. Ohne Tropf. So. Und sind wir jetzt noch rechtzeitig? Kriegen wir noch den Scream-Trailer gezeigt? Oder... Ja! Oh. Gucken wir uns an. Kriegen wir ein bisschen Sound? Perfekt. Oh, die Maske. Geil. Alter. Okay. Bin ja gespannt, welches Franchise das besser macht, die gewohnten Gefilde zu verlassen. Der oder Evil Dead. Ja. Oder Jason Texman. Wer ist die Frau neben, junge Frau neben Jenny Ortega? Hab ich grad nicht gesehen. Jenna Ortega. Ich sag mir Jenny, es tut mir sehr leid. Was denn? Das war doch die ist im ersten Teil. Also, also im fünften Teil. Die am Ende überlebt. Ihre Schwester. Und ich habe nämlich, und das ist meine Theorie, dass die was damit zu tun hat. Denn sie ist im fünften Teil diejenige, die als einzige diesen typischen Ich mache mein Messer sauber. Messer wegabwischt. Und sie sticht sehr routiniert auf den Bösen an. Ja, was der damit erklärt wird, dass sie ja ohne Spoiler eine Verbindung hat. Ja, ich weiß. Trotzdem. Yes! Hayden, fettet hier. Kirby ist wieder da. Denn man hat ja nicht gesehen, wie sie gestorben ist. In Teil 4. Finde ich ein bisschen läppsch. Aber in Teil 5 wird ja schon davon gewesen. Man sieht ja ein Video bei YouTube von ihr. Wir haben ihn in. Wir schützen ihn. Hallo. Let's play a game. Du weißt, du bist wie der 10. Typ, das zu versuchen, das zu versuchen, nicht? Es funktioniert niemals für den Dippshit in der Maske. Vielleicht. Aber es gab nie einen wie ich, Gail. Es sind wieder zwei, oder? Ja, bestimmt. Ich bin etwas anderes. Das ist, ich werde dich in die Hände schießen. Kommt er von hinten? Kommt er. Du willst mich? So let's finish this. Dieses Licht ist für den Trailer, ne? Das ist... Dieses Stroboskoplicht. Die sind alle noch am Leben. Das finde ich ne... Das ist so geil. Das finde ich ne coole Szene, ja. Ach. Ich weiß, was ich direkt mache, wenn die Sendung durch ist, dann gucke ich ihn mir nochmal an. Ja, aber in Eiserzähnen. Ja. Also er löst ein bisschen mehr ein, als Jason Takes Manhattan, so viel kann man schon sagen. Wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt, also sie sind aus Woodsboro alle weggezogen und jetzt müssen jetzt feststellen, dass sie irgendjemand verfolgt hat. Ja, vor allen Dingen, seien wir mal ganz ehrlich, endlich kommt mal jemand drauf, aus Woodsboro wegzugehen. Ja. Wirklich. Ja. Wir sind gespannt. Wir sind aber auch am Ende. Dementsprechend können wir jetzt nicht allzu viel diskutieren, aber vielleicht greift wir das nochmal bei Gelegenheit auf. Ähm, aber ... Spätestens Ende März, wenn der sechste Teil kommt. Können vielleicht ein bisschen, können ein bisschen härter vielleicht werden, ne? Und ich frag mich halt jetzt wirklich, ob es nochmal ... War aber auch nicht ohne. Erinnert er da an den Kill an der Tür und so? Ja. Da waren schon echt ein paar echt fiese ... Ja. Die Szene da an der Tür, beziehungsweise die mit den verschiedenen Türenn, sollte ja ursprünglich noch viel, viel länger werden. Aber da hat das Studio irgendwann gesagt, sorry. Ja, überreizt es bitte nicht. Aber der Kill danach, der ist schnarrt. Ja, ist er auch. Da waren schon ein paar. Ja. Ja, ne, die anderen, also der blutig ... Da waren aber ein paar dumme Kills. Der war aber, glaube ich, mit der blutigste Franchise bisher. Der expliziteste, ja. Gut, vielleicht steigern sie das nur noch. Meine Frage ist halt vor allem, wir hatten jetzt diese Legacy-Geschichten, diese Legacy-Sequels oder was weiß ich, die jetzt Thema waren im Fünften. Was kommt im Sechsten dran? Was kommt im Sechsten dran? Also was ist die Meta-Ebene des Sechsten? Das ist die einzige Sache, die mir so ein bisschen so ... Ich freu mich wahnsinnig. Ich hab sehr, sehr viel Vertrauen in die Leute. Aber dass der Film nur ein Jahr später kommt, das macht mir ein bisschen Sorgen. Mir auch. Ich geh aber davon aus, weil ich so viel Vertrauen in die habe, ich geb denen jetzt einfach mal so ein Vorschussvertrauen, dass die vorher die Idee schon hatten. Ja, glaub ich auch. Ich hoffe halt, sie beherzigen jetzt das, was sie eigentlich im fünften Teil die ganze Zeit propagieren, dass es tatsächlich dann vielleicht mal ein ganz einfacher, ausgelassener Slasher ist. Also sie haben ja jetzt in Interviews gesagt, das wird jetzt noch mal was ganz Neues, was ganz Eigenständiges. Ja, vielleicht wird's dann halt eben mal etwas Metafreies. Aber sie haben halt das Franchise verstanden. Sie wissen, was sie machen. Und wie gesagt, allein die Tatsache, dass sie einen Teil 5 Kirby ankündigen. Man sieht ja, wenn man genau hinguckt ... Die wussten schon, wo sie hinwogen. In dem einen YouTube-Stream sieht man ja ein Video-Interview mit Überleben, oder Kirby so und so. Weil der ist ja wieder von den Leichter Regisseuren von über die und die erwarten schon ein Konzept. Glaub ich auch. Ey, aber, ne, wie gesagt, ich würd mich ja freuen, wenn's einfach nur ein Ausgleich der Slasher ist. Wird's aber nicht. Warte mal. Sagt uns doch gerne, was ihr von Scream 6 erwartet oder ob ihr was davon erwartet oder, naja, was ihr sonst so gerne sehen wollt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jedes weitere nette Kommentar. Und ich danke euch sehr mal, vielmals, Antje und André. Und ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus